Tote Tastentelefone, rollige Teenager, ein sich selbst im Weg stehender Maestro und wir klären, warum Willi eigentlich Wonka heißt. Viel Spaß bei Kilo Plus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute mit Antje und mit Steven. Und ja, ich muss es einmal. Ich muss, ich will, ich möchte das. Und ich bin frustriert. Ach so, ich dachte, du möchtest einmal singen jetzt. Ja, nee, singen, das erspare ich. Mir und der Menschheit. Eigentlich hätten wir heute hier zu viert sitzen wollen. Und ich, wie gesagt, ich weiß, jedes Mal kommt, das macht doch die anderen Gäste schlecht. Nein, es geht nicht darum, hier die anderen Gäste schlecht zu machen, sondern es geht darum, mein Bedauern auszudrücken, dass ein Gast, der noch dabei sein sollte und den wir schon lange nicht mehr zu Gast hatten, heute nicht kommen kann, wegen der Deutschen Bahn. Ach Quatsch, die streiken ja schon wieder. Ja, also, ist das kurios, ne? Also, irgendwie, kann ich ganz gut sagen. Bahn streiks und du. Ach so, das letzte Mal sollten wir zu dritt da sein, dann waren wir nur zu zweit. Aber ich kann nix für die Bahn streiken. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal an alle BahnmitarbeiterInnen in den Zügen ein großes Lob aussprechen. Ich weiß, ihr könnt nichts dafür, was der Konzern an Logistikproblemen hat und ich finde, ihr managt das super. Ich muss ganz ehrlich sagen, alle BahnmitarbeiterInnen in den Zügen, die da mittlerweile sagen, ja, es tut uns leid, die Bahn ist schon wieder eine Dreiviertelstunde zu spät, möchten Sie ein Bierchen trinken bei unserem Bordrestaurant oder soll es auch mal was Stärkeres sein? Ja, gut, großartig. Aber das ist absurd, ne? Ich bin jetzt ja auch die Anfang der Woche, da hatte ich eine Odyssee durch Deutschland und das nach diesem Schneechaos, wo ja, sag ich mal, im öffentlichen Transport nix funktioniert hat, jetzt noch gestreikt wird. Ja, ich versteh's aber. Weil das soll ja eben der Bahn oder dem Vorstand oder wem auch immer, der da irgendwo im Hintergrund sitzt, dem soll das ja wehtun. Ich mein, es tut vor allem jetzt natürlich uns eher so ein bisschen weh. Wir wollten eigentlich oder beziehungsweise wir hatten eigentlich und es war auch wirklich schwierig, weil der Mann halt auch wirklich echt viel unterwegs ist. Wir hatten eigentlich geplant, mit Dominik Porschen hier zu sitzen zu viert. Das wär echt eine schöne Gelegenheit mal wieder gewesen, weil wir haben ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Er hat auch richtig Bock gehabt. Aber durch den Bahnstreik steht halt in Gefahr, dass er wieder zurück nach Hause kommt. Und dementsprechend, ja, mussten wir heut drauf verzichten. Ich hoffe, vielleicht klappt's. Liebe Grüße an Dominik. Ja, aber also nur ganz kurz mal, ne? Wir wollen jetzt, wir reden ja über Kino und Serie, wir reden ja nicht über Sinnhaftigkeit eines Streiks. Naja gut, wir hatten ja selbst die Sinnhaftigkeit eines Streiks, werden wir noch am eigenen Leib, glaube ich, erfahren. Aber wir haben ihn ja jetzt erstmal lange Zeit mitbekommen. Ja. Und ich glaube, die Problematik ist klar, muss man für seine Rechte kämpfen, aber die Verhältnismäßigkeit nimmt einfach gerade bizarre Dimensionen an, ne? Also wenn 52 Prozent aller deutschen Bahnzüge in diesem Jahr zu spät waren, 52 Prozent, ne? Also... Wäre ich 52 Mal im Jahr zu spät gewesen, wer weiß. Beziehungsweise andere Arbeitnehmer. Naja, hey, wie gesagt, ich möchte hier einfach nur mal ein bisschen meinen Frust von der Seele reden, weil es ist so, jede Woche aufs Neue stellen sich so viele Hürden irgendwie in den Weg und es wäre einfach mal schön, eine Woche zu haben, in der halt einfach alles so läuft, wie man sich das wünscht. Das wäre einfach schön. Stimmt. Aber es ist trotzdem schön, euch beide hier zu haben, denn ich denke, wir werden auch... Na, jetzt hast du uns aber gedisst. Ne, es fehlt ja nur, wir sind ja nicht Ersatz. Es fehlt ja einfach nur. Nein, nein, das war auch nur ein Witz. Ich wollte dich da nur provozieren, hast du nicht. Nein, von dir lasse ich mich garantiert nicht provozieren. Ich weiß, das ist ja das Schöne. Ja, das Einzige, womit du mich provozierst, darüber dürfen wir heute hier nicht reden. So, äh, aber wir können reden über das, was ihr zuletzt gesehen habt. Ähm, ich hab viel aus 23 nachgeholt, weil ich jetzt endlich mit meiner Top-Liste anfangen wollte. Ja, wir haben heute noch viel zu besprechen, musst du dich kurz fassen. Genau. Und zum Beispiel war darunter Leo, der Animationsfilm bei Netflix von Adam Sandler. Ich weiß nicht, aber auch Regiegefütter auf jeden Fall hat er produziert. Und er spricht die Exe. Und er spricht im Original. Im Deutschen haben sie aber leider auch nicht seine Synchronstimme. Also, was heißt leider? Die haben eine gute Synchronstimme gewählt, aber es ist nicht die typische Adam Sandler Synchronstimme. Und es geht um ein Paar, also ein Befreundeter, also nein, sie sind nicht Befreundeter, sie sind gemeinsam eingesperrt in einem Terrarium, eine Schildkröte und ein Leguan, ein Chamäleon, sowas in der Art. Und sie beobachten in einem Klassenraum, in dem sie stehen, das Geschehen in dieser fünften Klasse. Und jedes Wochenende muss ein Kind Leo, oder die beiden Tiere mit nach Hause nehmen, aber alle wollen irgendwie nur Leo, weil Leo spricht zu Hause mit den Kindern und gibt ihnen Ratschläge. Und mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Und die Schildkröte nicht? Oder weiß man nicht, dass die Schildkröte nicht spricht? Die Schildkröte kann auch sprechen, aber irgendwie ist die immer so mürrisch und keiner hat Bock auf die. Also wollen alle Leo mit nach Hause nehmen. Und wie gesagt, er gibt ihnen Lebensratschläge und sorgt so dafür, dass das Klassenklima nach und nach besser wird. Und dann denkt man so ab einer gewissen Zeit, ah, okay, jetzt nimmt er sich auch der sehr ruppigen Vertretungslehrerin an, auch deren Leben wird er verändern. Dann könnte der Film zu Ende sein. Und dann habe ich wirklich Netflix im Ohr, wie sie sagen, wir brauchen nur eine Dreiviertelstunde. Und dann geht es noch weiter. Und dann wird da ein Konflikt aufgemacht, der irgendwie total unnötig ist. Aber der ist ganz witzig und sympathisch. Und das Einzige, er hat Musical-Einschübe, die ich nicht verstanden habe. Aber er ist nett. Und ich habe Buddy der Weihnachtself das erste Mal geguckt. Ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen, weil ich den auch noch nicht kannte. Das ist so ein Film, der war vor einiger Zeit, war der ja, ist der frisch bei Power & Plus, glaube ich, rausgekommen? Das ist Will Ferrell. Ja, Will Ferrell. Ich habe ihn bei Netflix, glaube ich, geguckt. Oder Netflix. Irgendwo ist der neu im Streamingdienst gelandet? Nee, bei Amazon Prime. Bei Amazon Prime ist das richtig. Okay, dann war es Amazon Prime. Und daraufhin habe ich mir den halt zum ersten Mal angeguckt, weil ich den halt auch bislang, ich kannte den nur in Auszügen. Ja, nur die Memes. Ja, und habe mir den jetzt erstmals angeguckt. Und weil ich auch mitbekommen habe, dass der in Amerika ja so einen richtigen Kultstatus hat. Der hat einen richtigen Kultstatus. War überrascht, der ist ja von Jon Favreau. Mhm. So, wusste ich nicht. Hat er so sehr an. Und, ähm, ja. Ja, exakt genau. Ja, das war auch mein Gedanke. Ja. Also kann man machen, hat seine Momente, ist hier und da auch süß. Aber, ja. Ich mag einfach Will Ferrell. Ja, damals hat's noch gepasst. Ich, mittlerweile ist es, ich weiß nicht, ich find, man hat auch zu viel von diesem erwachsenen Kind aus Malz gesehen. Ach so, ja, ich weiß das mal, ja. Ja. Also dieses erwachsene Kind hat er ja schon echt oft gemacht, oder? Aber fandest du's auch so unbehaglich, diese Beziehung zwischen ihm und Zooey de Chanel, dass die auch am Ende zusammenkommen und ein Kind haben? Das fand ich irgendwie sehr schwierig. Ja, warum? Die sind, also, ich hab extra gegoogelt, zwischen denen liegen, glaub ich, zwölf Jahre. Also im echten Leben. Und ich finde, im Film wird heraufbeschworen, dass da noch viel mehr Jahre zwischen sind. Echt? Findest du nicht? Also so weit hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich fand das unbehaglich. Für mich war er halt eh, sag ich mal, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen übernatürlich, aber er hatte so einen anderen Status dadurch, dass er halt eben beim Weihnachtsmann aufgewachsen ist. Ja, ich finde... Und nicht in der realen Welt. Also ich finde, das Interessante ist halt, Will Ferrell ist natürlich älter als Zooey de Chanel, aber durch sein ganzes Auftreten als vermeintlicher Wichtel kommt er ja rüber wie ein Kind. Und dann datet er Zooey de Chanel, die geistig offenbar wesentlich älter ist. Das war so ein Raum-Zeit-Kontinuum, da kam ich nicht mit klar. Wow, aber da hast du ja in einem Weihnachtsfilm, der ja eher so, wie ihr gesagt habt, so, wow, so laufen sollte extrem viel reininterpretiert. Und dir selber ja so eine neue Tür geöffnet. Ja, eben, der hat mir eine Tür geöffnet, da wollte ich gar nicht durch, aber... Ich hab Zooey de Chanel erstmal gar nicht erkannt. Du bist direkt eingezogen. Du bist nicht durch, du bist eingezogen. Ja, genau. Also ich finde, ihre Wahl, sich die Haare irgendwann mal dunkel zu färben, war eine gute Wahl. War eine gute Wahl. Oder vielleicht hat sie einfach die Haare da für diesen Film blond gefärbt. Vielleicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welche ihre natürliche Haarfarbe ist, aber ich finde, die dunklen Haare stehen hier deutlich besser. Mit diesen blonden Haaren sieht sie aus wie... Hazel Brugger. Oder Anna Faris. Hazel Brugger. Ja. Alter, ich kriege gerade... Wow. Ich hab der Weihnachtself geguckt und dachte, so, super, passt genauso. Weißt du, wenn du so Weihnachten so gar nichts mehr tun willst und dich nur noch brieseln lässt, finde ich den super. Aber was da jetzt gerade sich öffnet, wow. Ja, dann musst du den halt mal außerhalb von Weihnachten gucken oder abseits von Weihnachten. Also ich guck relativ selten der Weihnachtself oder sowas. An Ostern. Ja, genau. Siehst du? Aber das wäre vielleicht mal die Stunde für dich, um neue Perspektiven auf diesen Film zu gewinnen. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich gucken soll, ne? Weil es so wenig zu gucken gibt, dann guck ich nur für dich und für dich Buddy der Weihnachtself an Ostern. Ja. Mit dem, mit dem Augen, mit dem wir ihn geguckt haben. Okay, dann müsst ihr mir das nochmal aufschreiben und dann lese ich mir das vorher durch und das wird mein Mindset. Haare gefärbt. Sind sie dunkel und blond oder waren sie blond und sind dunkel? Ich hab sie nicht erkannt auf ihrer blotten Haare. Nein, ist alles gut, ist alles gut. Nein, ist alles gut. Was hast du denn geguckt? Ich hab sehr viel geguckt. Ich hab die Discounter geguckt. Ich habe Monarch hier mir angeguckt, die Godzilla-Serie. Ich hab der Killer mir angeguckt. Hier Fincher und Fassbender. Girl, you know it's true, hab ich mir angeguckt. Und ich hab Wish mir angeguckt. Ja, was hast du? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war nicht drauf gefasst, dass wieder so viel gesungen wird. Was jetzt mich aber nicht geschüttert im Nachhinein. 100 Jahre Disney. Ja, okay. Ja, aber das war, das hatte ich lange nicht mehr. Ich fand den gar nicht schlecht. Ich finde, ich glaube, also ich finde die Message am Ende ist schön mit den Wünschen und sowas. Ich finde, die Animation hat für mich so einen Riesensprung schon wieder gemacht, weil es ist ja diese, also das ist ja Disney Animation, das ist ja nicht Pixar, aber das ist ja diese, dieses Matte-Painting, ne? Also die Hintergründe sind ja so wie bei Schneewittchen immer noch. Aber diese Farben, das war irgendwie noch, fand ich Wahnsinn. Ich finde, dass die, wie mit allen Sachen, leider Gottes immer so im selben Teich fischen und der wird halt nicht... Klare. Danke dir. Das Wort hab ich gesucht. Ich finde, die bräuchten einfach mal wieder einen neuen Ansatz. Das finde ich so ein bisschen schade. Ähm, ja. Das, ja, hab ich jetzt geguckt, weil musste ich. Ähm, Discounter 3 hat mir sehr viel Freude gemacht. Vor allen Dingen... Spielt Boris Becker noch mit? Boris Becker? Ja, also, der junge Mann, der Boris Becker in diesem RTL-Film gespielt hat. Der Blonde. Spielt der noch mit? Ja, 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 ja. Ähm, und, ähm, äh, äh, Folge 4 ist für mich die geilste. Da machen die einen Ausflug in den Snowdome nach Bisping. Das ist mega. Ähm, hier Monarch, ähm, diese Godzilla-Serie, ähm, hab ich die erste Folge gesehen, fand's mega. Und dann ging's so runter und jetzt muss ich mich da so ein bisschen rausarbeiten wieder, dann würd's ein bisschen, denn war's mir zu viel Zeit springen. Da hab ich mich wie du geführt in so einem, äh, Zeitraum-Kontinuum, wo ich gedacht hab, warum jetzt schon wieder 1951, welche, wo seid ihr denn jetzt? Aber das versteh ich dann auch. Ähm, Killer hat mir gut gefallen. Muss ich echt sagen, fand ich ganz geil, diese, diese ganze Zeit, als der Ich-Perspektive, dieses Schweigen, vor allem diese ganze Szene mit Tilda Swinton in diesem Restaurant, das find ich, ich find Michael Fassbender auch richtig gut drin. Achso, dann hab ich hier Next Go Wins gesehen. darf man schon wieder reden? Last Go Wins? darf man, Next Go Wins, ja. Next Go Wins. Wegen Michael Fassbender, ähm, weil der, der ist so dünn. Ja, stimmt. Ne, aber das, oder? Ja, und ich weiß nicht, ob das noch vom Killer kommt, der ist so, der ist so dünn, dass ich die ganze Zeit immer dachte so, oder? Ja, der ist total ausgemergelt in Next Go Wins, bei, bei der Killer hab ich's jetzt nicht im Kopf, aber bei Next Go Wins auf jeden Fall. Ja, bei Killer ist er so gedrahtig, ne, da passt das so, aber ich finde bei. Aber wann war der denn schon mal ein bisschen muskulöser? Also ich versuch grad, mich zurückzuerinnern, vielleicht für die X-Men-Filme. X-Men hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Aber ansonsten ist der ja schon immer relativ, oder richtig, ich mein, hast du Hunger gesehen? Aber der war doch in Shame, da war er doch relativ. Ja, der war nie dick, aber, aber, aber ich glaub, das war's eigentlich, und ich mein, das sieht einfach. Fragere, das ist auch so eingefallen, in die Wangen und so. Das ist so ganz, so fast ein Ticken zu viel. Genau, genau, das hab ich alles geguckt. Golden Girls 2 hab ich auch geguckt. Dürfen wir da, darf man über Golden Girls 2 jetzt schon reden? Was sagst du? Also, ich mein, ich hab das ja. Also für alle, das ist die, dieser neue Milli Vanilli-Film von Simon Verhoeven mit Matthias Schweighöfer, unter anderem als Frank Farian und zwei jungen, neuen, sag ich mal, die sind relativ umbekannten. Genau, Elan und Matijan. Darstellern, die jetzt hier Rob und Feb von Milli Vanilli verkörpern. Und ja, da war jetzt, gestern? Vorgestern? Montag war Weltpremiere in München, Dienstag war Berlin. Berlin. Genau. Also, ich hab das ja voll mitgekriegt, Milli Vanilli. Also, da war ich ja 16, als die rauskamen, 1988. Und ich fand die schon echt, ich fand das geil. Das waren natürlich so total Pop-Tunes, aber die waren so völlig neu in der ganzen Art und Weise. Ich hab den Skandal auch mitbekommen. Was ich an dem Film echt cool finde, ist, dass du noch mal eine andere Sichtweise drauf kriegst. Also, ich glaube, das Problem, und das hat Simon auch gesagt, ist natürlich, in der Recherche dieses Films hast du mit ganz vielen Zeitzeugen zu tun, die natürlich alle aus der Subjektive erzählen. und Frank Farian und wie sie alle heißen. Ich hab mich falsch gemacht. Ja, genau. Ich hab Musik gemacht. Und ich find das echt, ich find das, es ist schon eine unfassbare Geschichte. Vor allen Dingen, wenn du sie in die heutige Zeit reinsetzt. Also, man muss ja sagen, die sind damals darüber gestolpert, weil sie nicht selber gesungen haben. Weil sie was gefakt haben. Und wenn du dir mal anguckst, was heutzutage passiert, dann ist es schwierig zu sagen, das, was sie damals gemacht haben, ist so eine Katastrophe. Sie hätten jederzeit abschreien können und ich kann auch verstehen, der Zorn der Fans und natürlich der ganzen Industrie, aber die sind so fallen gelassen worden wie eine heiße Kartoffel und zum Sünden Bock gemacht haben. Das hat eine von den beiden... Ja, wobei ich mich aber auch frage, warum die Industrie oder wer da irgendwie, sag ich mal, schon, also die Leute, die es eigentlich besser wissen können. Das ist so das, was ich mich halt auch gefragt hab. Wir kommen ja jetzt nicht unbedingt von irgendjemand Unbekannten, wir kommen ja von Frank Farian, der vorher mit Bonnie M. schon Playback, eine Playback-Band hatte. Ja, also der Mann, der Tänze, der hat ja selbst nie gesungen. Dieses Keith's crazy like a fool ist von Farian selbst gesungen worden, so, ja, oder gesprochen worden und was weiß ich so. Also, man wusste ja eigentlich schon, was der Mann produziert, wie der Mann produziert und jetzt nehmen wir mal ehrlich, Studiosänger gibt es immer noch heutzutage. Ja, klar. Die singen halt für andere Leute Sachen ein, beziehungsweise unterstützen andere Leute in ihrem Gesang oder besser in den Gesang von irgendjemandem auf so. Das gab's schon immer und das gibt es heutzutage immer noch so. Diesen ganz großen Skandal, ich glaub, das war eigentlich nur das Problem mit diesem Grammy. Ja, nee, ich glaube, ich glaube, also, man kann ja jetzt noch tiefer reingehen, ich glaube, dass der Rob und der Fab sich auch viele Feinde durch ihre Art und Weise des, äh, des, des Lebens gemacht haben, ne? Also, die sind, also, die sind das Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn jemand zu schnell zu erfolgreich und zu viel Geld kriegt und zu sehr das Maul aufreißt. Und zu sehr, ich mein, das ist ja Rob Pilatus, der ja nicht mehr lebt, der hat ja gesagt, als sie die Grammy-Nominierung bekommen haben, dass sie mehr für, für die Musik geleistet haben als Elvis und die Beatles. Ne? Und da reden wir von einer Band, die gerade mal ein Album, nee, für das zweite Album ein Grammy gekriegt hat dann. Aber das, das ist schon echt ganz spannend, aber genau wie du's gesagt hast, ich glaube, das ist ja auch das, was dieser Film aufwirft und ich finde, das hat Simon echt super gut umgesetzt und auch wirklich toll in Szene gesetzt und ich finde den Cast auch echt klasse und ich finde, Matthias macht das zum Beispiel auch gut als Frank Farian, der sich für größer hält als alles, was es auf dieser Welt gibt. Ich muss echt sagen, Matthias Schweighöfer oder Schweinsteiger, wie Herr Gottschalk sagen würde, war wirklich, der war mein Highlight in diesem Film. Ich hab so Ach, du hast ihn auch gesehen? Ja, ich hab ihn auch gesehen. Achso, okay, ich dachte, ich erzähle euch jetzt gerade, aber ihr seht das genauso. Ja, also ich muss sagen, ich mag den Film, ich finde den unterhaltsam, so, ich gucke den gerne weg. Matthias Schweighöfer ist ein echter Gewinn für diesen Film, weil ich, wie er halt Frank Farian dargestellt hat, fand ich lustig. Was soll ich in den Bergen? Wir brauchen Platten! genau. Platten! Sag mal, was seid ihr für ein Lachen? Oder auch zusammen mit Michael Mertens, dem Produzenten. fantastisch. Also wir können, wir sind Nummer eins. Was heißt, wir feiern, wir feiern, meine Putzfrau, die Hühner meines Nachbarn haben mehr Anteil am Erfolg in dieser Platte als du. Ey, Kerl. Ja, also ich, ich wirklich, es hat echt Spaß gemacht. Ich fand es aber halt dann doch ein bisschen zu sehr gute Laune für ein Schicksal von zwei Menschen, die dieses Schicksal nicht unbedingt verdient hatten. So. Nee, ja, also ich kann verstehen, was du sagst, aber ich finde, ich finde das, was du ja mitnimmst aus diesem Film ist, dass du dich fragst, wie konnte es so weit kommen und wie konnten die beiden dann so, also so unter die Räder geraten. Ja gut. Also es gibt so viele Anhaltspunkte, ne? Also auch. Jeder hat seinen Anteil dazu beigetragen. Ja. Ja, aber irgendwie hab ich am Ende des Gefühls gehabt, so keiner ist wirklich schuld. Und ja, und das ist ja viel schlimmer, ehrlich gesagt. Ja, das war eigentlich auch etwas, was ich rausgezogen hab, dass man leider niemandem konkret die Schuld zuweisen konnte, weil alle so ein bisschen Schuld haben. Und das ist ja, finde ich, viel frustrierender, als wenn man sagen kann, so, die waren's. Ja, das ist so ein Schneeball, der irgendwann mal den Berg runtergerollt worden ist und irgendwann, ja, als so Lawine ausgeatmet ist. Aber ich mein, du musst dir mal überlegen, ich find's echt geil, dass die den Film gemacht haben, ne? Also Quirin und, und Marx, weil das, Kathleen Kennedy war dran, Brad Ratner war dran, die mussten den Musikkatalog kriegen, Frank Farian hat sich da mit tausend Studios drüber unterhalten und es ist ja ganz geil, es ist ja, also haben die ja auch gesagt, es ist eine Geschichte in München beginnt und in Hollywood sozusagen endet, das hast du ja auch nicht so, also die Dimension dieser Geschichte, was die alles mit sich bringt, das ist schon Wahnsinn, ne? und dann noch diese geilen Bilder aus dem P1. Bin ich nie reingekommen damals. Ich stand auch einmal davor und nein. Und dann war ich einmal drin und hab das mit diesem Vorhang mitgekriegt, dass sie diesen Raum teilen und dann irgendwann geht der Vorhang auf, so dass Wipps und normales Fußvolk quasi zusammen feiern können und da hab ich gedacht, einmal und nie wieder. Ich war mal mit den, hab ich glaube ich mal erzählt, ne? Mit den Weasley, Zwilling und Neville Longbottom, war ich im P1-Fall. Echt? Das war echt ganz geil. Das ist eine Kombination. Ja, völlig absurd. Ne, hab ich... War es zauberhaft? Ne, es war richtig lustig, weil wir waren in Nürnberg auf der Nürnberger Spielwarenmesse und da hab ich für Warner Harry Potter Merchandise, haben wir drüber gesprochen und sozusagen präsentieren. Da waren die alle dabei und die hatten in einem Hotel in München gewohnt und ich kam nicht mehr nach Hause wegen Schneefall oder sowas, dann haben die mich mitgenommen und dann wollten die noch steigen und dann sind wir ins P1 gegangen. Das war richtig lustig. Geile Leute. Geile Jungs. Ja, nicht schlecht. Okay, genau, aber das hab ich geguckt. Was hast du denn geguckt? Äh, was hab ich denn? Warte ich ja bei der Zeit. Ne, das ist schon ein bisschen länger her, aber eine der Filme, die ich zuletzt gesehen hab, über die ich noch nicht gesprochen hab, oder über die ich sprachen kann. Also ich hab zum einen für einen Podcast hab ich mir mal einen wirklich, äh, etwas alten Film angeguckt, ähm, den ich schon lange auf der Watchlist hatte und den ich aber auch nur schwierig empfehlen kann. Er heißt Harakiri. Oh. Stammt aus dem Jahre 62, 1962, ist ein Schwarz-Weiß-Film, äh, von einem ganz berühmten japanischen Regisseur namens Kobayashi, der hier zeigt, wie ein Samurai zu einem renommierten Haus geht. Er selbst ist Ronin, also er ist herrenlos, weil sein Herr ist irgendwie mit dem Shogunat in Konflikt geraten und wurde dafür abgesetzt und jetzt streichen die ganzen Schwertkämpfer durchs Land, weil sie halt arbeitslos sind, so gesehen. Also sie haben keinen Herren mehr. Deswegen sind sie Ronin und diese Ronin, äh, haben jetzt irgendwie die Tendenz dazu entwickelt, von den, zu den bestehenden Häusern zu gehen und darum zu bitten, den rituellen Selbstmord Seppuku oder halt Harakiri, wie es im Volksmund eher heißt. Also Harakiri ist eigentlich die, die etwas slänghaftere Aussprache oder der slänghaftere Begriff dieses rituellen Selbstmords und er sagt halt oder beziehungsweise diese Ronin gehen halt zu den Häusern hin und sagen, sie möchten gerne im Hof oder irgendwie auf deren Gelände halt den Selbstmord begehen und, äh, brauchen dafür halt einen Sekundanten. Das ist halt das Ding, weswegen sie halt auch mit immer dahin gehen. Also während sie sich die Gedärme oder den Bauch aufschlitzen, irgendwann muss einer den Kopf abhacken, weil sonst ist es zu schmerzhaft. Und dieser Samurai Hanchiro, der geht halt zu dem Haus Iyi und möchte halt auch diesen Selbstmord vollführen und daraufhin erzählt ihm der Obervorstand von dem Haus erzählt ihm eine Geschichte über einen anderen Samurai namens Motome, der das auch versucht hat. Aber bei dem haben sie halt irgendwie rausgefunden, dass der das nur gemacht hat, um entweder mit ein paar Münzen abgespeist zu werden oder halt mit einer Anstellung davon zu kommen. Also er hat halt die Hoffnung, also manche haben halt auch die Hoffnung, dass sie halt von dem Haus dann angestellt werden. Und ja, und mehr möchte ich eigentlich nicht verraten, weil es ist schon, ey, es ist ein geiler Film. Es ist wirklich ein geiler Film. Aber ey, er ist sperrig, er ist streng, er ist stoisch, er ist schwarz-weiß, er ist sehr langsam, so richtig schön, symmetrisch und alles. Und es ist kein Gute-Laune-Film oder sowas, ja. Also der hat auch, braucht auch seine Zeit. Aber es geht halt hier darum zu zeigen, wie viel Wert die Ehre ist, wenn man halt nur in seinen eigenen Grenzen denkt, beziehungsweise nur in seinem eigenen Vorteil. Und wie die Geschichte erzählt wird, in verschiedenen Rückblenden, aber auch so Kammerspielartig und so weiter. Und wirklich von der Komposition, von der Inszenierung ist dieser Film Formvollendung. Also, die Bilder, die Kamerafahrten, wie Leute irgendwo ins Bild reinkommen, die Kamera sich kurz verschiebt, andere Leute hinzukommen lässt und wieder auf den ersten zurückgeht und so weiter. Das ist so auf den Punkt, es ist so präzise, es ist einfach fast schon perfekt. Und, ähm, das hat mir an diesem Film sehr, sehr gut gefallen. Ich kann ihn halt wirklich, ich kann ihn nicht bedenkenlos empfehlen, weil darauf muss man sich einlassen. Da geht's um Männer, die sich halt den Bauch aufschlitzen wollen, im Namen der Ehre, ja, und andere Männer im Namen der Ehre entlarven wollen, so. Also, ich weiß nicht, ob das heutzutage irgendwie im Publikum finden könnte, dass das wirklich... Und wann ist der? 1962. Ja. Aber um's ein bisschen, ich kann's auch ein bisschen leichtfüßiger machen, ich hab mir mal wieder Face-Off angeguckt. Oh, der lief auch letztens im Fernsehen. Ja, ich hab den, ähm, bei Sky, hab ich den irgendwie entdeckt. Da lebt er irgendwie und dann hab ich geguckt, wo er, und dann war er auch bei Sky, glaub ich, On Demand verfügbar. Und da hab ich mir angeguckt und ich muss sagen, ich mag den Film. Ich auch. Äh, diese, diese... Klein, klein, Kremisse, ich sag's jetzt mal wieder, ich hab klein, ähm, dass Nicolas Cage zu John Travolta wird und John Travolta zu Nicolas Cage, ja, sie ist vollkommener Quatsch. Ich will's auch niemals irgendwie schöner reden. Aber das darf man ja auch nicht. Aber, also, allein was die Physis angeht, ne, so, ne, warum, warum packst du dem einen nochmal die, die Speckpölzerchen drauf, wenn du sie eigentlich auch weglassen könntest und so weiter und so fort. Oder der Haaransatz, dass der Haaransatz zurückgemacht wird und so. Aber, drauf geschissen. Die Szene, wenn sie bei diesem Dietrich, äh, wenn Nicolas Cage versucht, also, wenn John Travolta im Körper von Nicolas Cage versucht, bei seinem Waffenlieferanten da mit dem Glatz, mit der Glatze unterzukommen und dann kommt John Travolta, also, beziehungsweise Nicolas Cage in der Haut von John Travolta mit dem Einsatzteam des FBI an oder was ich und dann ballern sie sich da irgendwie diese Bude zu Klump und dann gibt's diese geile Szene in diesem Eingangsbereich, wo diese Spiegel da stehen und wo sie so rumrennen und am Ende ist es halt so, dass Nicolas Cage und John Travolta auf der jeweils anderen Seite eines Spiegel stehen und sich so, ja, halt abschießen wollen und Nicolas Cage guckt sich selbst an, John Travolta guckt sich selbst an, aber eigentlich wollen sie halt jeweils den anderen erschießen und ich find, das ist toll. Ja, aber ich finde, bei so einem Film darfst du ja auch nichts in Frage stellen, das ist genauso wie, wo der Nicolas Cage sich sozusagen das Gesicht aufsetzen lässt von John Travolta und dann siehst du in der nächsten Szene, dass all die Mitwisser bei dieser ganzen Aktion dann von ihm ins Labor gebracht werden und dann unter Qualen sterben und da gibt es so viele Sachen, die du hinterfragen kannst, aber das ist ja scheiße. Ich meine, allein so eine komische Idee zu haben, ist doch großartig und der Film macht Spaß und ich find, die beiden sind doch super. Ich mein, John Travolta ist einfach als böser Mann auch richtig geil. Ja, also beide. Also Nicolas Cage als, wenn er dann der Schurke ist, ist herrlich. John Travolta, wenn er der Schurke ist, ist herrlich so und beide können aber auch dieses Leidende halt echt immer richtig gut hinkriegen so mit Gina Gershon noch dabei und hier Joan Allen, glaube ich, ist das. Dieses Finale in der Kirche, ich mein, dann zitiert sich John Woo auch selbst, aber ich find's herrlich und das Ding ist halt, ich hab mir den halt angeguckt, weil ich nochmal irgendwie so ein bisschen wieder in Stimmung kommen wollte. Heute ist ja die PV von Silent Night, die wir jetzt halt nicht wahrnehmen können, weil die jetzt gerade aktuell während wir hier sitzen läuft und ich wollt mir nochmal so ein bisschen, ich wollt den eigentlich per Screener gucken, genau, ich wollt den per Screener gucken und der Screener hatte eine Panne oder hatte irgendwie eine Macke und ging nicht und ich hab gedacht, scheiße, jetzt hast du dich so drauf gefreut, heute Abend einen John Woo Film zu gucken. Was machst du jetzt? Guckst du Face Off. Ich mein, es gibt genug bessere Filme von ihm, aber ich hatte einfach mal wieder Bock. Da glitscht man ja in sowas rein, ne? Ich hatte mal wieder Bock auf irgendwie Face Off so und dann war er halt auch gerade verfügbar und dementsprechend hab ich ihn geguckt. Und nicht zu vergessen, diese fantastische Referenz in Spy, Susan Cooper Undercover mit Jason Statham, der felsenfest davon überzeugt ist, dass es beim FBI eine Face Off Maschine gibt. Ja, ja, stimmt. Und er lässt sich einfach nicht davon abbringen, weil er davon ausgeht, dass diese Maschine von allen geheim gehalten wird. Ja, siehste, und so schlägt der Film immer noch seine Kreise. Habt ihr das mitbekommen von Nicolas Cage übrigens? Dass er nicht mehr spielen will bald? Ja. Hat jetzt ein Interview gegeben, noch drei oder vier Filme macht er. Ich glaub, die sind vertraglich, sag ich mal, da hat er sich vertraglich verpflichtet zu. Aber dann wäre, wenn es nach ihm ginge, interessant, ne Serie zu machen, die halt auch vor allem ihm irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit gibt, mal wieder zu Hause zu bleiben. Weil er würde sich gerne mehr um die Familie kümmern. Also ich finde es total nachvollziehbar. Seinem letzten Film. Da war es ja auch der Dreh- und Angelpunkt, dass er so selten zu Hause ist. Ja, stimmt. Stimmt. Bitte? Ich finde es total nachvollziehbar. Also ich hatte das Gefühl, der ist jährlich in vier Filmen zu sehen. Oder dreien. Ja. Da hat er ein wahnsinns Arbeitspensum. Und wie alt ist er denn? 60. Ja. Ja, überlebt mal. Aber vier Filme, ne? Oder fünf, oder was weiß ich. Also auch in dem Tonus und in der Intensität und dann nochmal eine Serie. Und wenn du 70 bist, dann sagst du auch, okay, wie möchte ich jetzt mit meinen, da hat er Kinder, ne? Kinder hat er, ja. Ja, er wollte eigentlich, so sagte er, auf einem Hoch aufhören. Und nach dem, was man so ja alles liest, scheint jetzt sein neuer Film, Dream-Szenario, scheint ja wirklich mal wieder ein richtiges Hoch zu sein. Also man munkelt auch schon, oder man rechnet mit ein paar, Oscar-Chancen, so, ne? Also er wurde da schon hier und da wieder ins Rennen geschmissen als Kandidat, potenzieller Kandidat für eben das Oscar. Das wär mega. Fänd ich auch geil. Fänd ich auch geil. Vor allen Dingen, der würde dem Ganzen auch mal gut tun. Dem Oscars? Ja, einfach so vom Typ, ich mein, ich glaub, das wären so spannende Oscars, ne? Ich bin gespannt, ja. Vor allem, wir haben jetzt, was hab ich gelesen, es geht ne Stunde früher los, ne? Also wir können jetzt, wir müssen nicht mehr die ganze Nacht hier erdecken. Genau, wegen Zahlverschiebung. Hast du schon Infos bekommen? Bist du da nächstes Jahr? Ja. Bist du da? Ja. Wie sieht's aus? Ja, I'm working. Ja? It's a work in progress. Okay, ja, Freunde. Also, ne? Selbe, selbe Spiel wie jedes Jahr. Wenn ich nicht mit Steven nach Amerika fahre, dann bin ich wieder hier. Oder sind wir wieder hier? Ja. Ja. Also, ich mein, nicht, dass ich nicht gerne mitkommen würde, aber ich sitz auch gern hier. Also, so ist es. Ja, also, ich glaube, das ist, die Karten sind halt nochmal ganz neu gemischt, ne? Ach. Weil ja, das ist ja keine Red-Produktion mehr, weil Red gibt's ja in der Form nicht mehr. Oh, echt? Genau, also Red gibt's ja nur noch sozusagen als Anhängsel für Specials für, ähm, hier, Jeremy's Next Topmodel und ich glaub, Mars Singer. Und die machen das nicht mehr. Aber wie heißt das Boulevard-Magazin auf ProSieben, was, äh... Tough. Tough, genau. Genau. Aber die haben ja mit nichts zu tun. Ne, auch nicht mehr? Okay. Oh, ey. Ne? Fingers crossed. Fingers crossed. Mal gucken. Jut, wollen wir mal gucken, was es diese Woche im Kino gibt und, äh, noch einen anderen Neustart. Sehr gerne. Ja? Cool. Dann gibt's hier jetzt einmal bitte den Supercut. Können die Träume anderer Menschen besuchen? Vier Männer und eine Jungfrau müssen die Spiele bestreiten. Ich hab eine respektable Größe für einen Umballon. Der beste Urlaub aller Zeiten. Die müssen denken, dass alles wieder in Ordnung kommt. Die bezahlen mir 10 Millionen. Ja, genau. Ich wünschte, du wirst in einem anderen Dorf aufgewacht. Geiler Film. So. Uns ist ein kleiner Fauxpas passiert. Der ein bisschen auf meine Kappe geht, muss man sagen. Aber so viel kann ich da eigentlich auch nicht für. Der war aber schon angekündigt, ne? Also man wundert sich jetzt trotzdem, wo er bleibt. Wir haben in dem Supercut war ein Film drin namens May December. Ja, ich weiß. Mit Julian Muir und Natalie Portman. Ja. Und der sollte, oder da gab's mal wirklich die Ansage, der kommt am 1. Dezember, beziehungsweise, oder Anfang Dezember sollte der ... Ist auch in allen Ländern gekommen. Genau, stimmt. In Amerika ist er, genau, in Amerika und überall, äh, weltweit ist er, äh, bei Netflix gelandet. Nur bei uns halt wieder nicht. Der ist von, ähm ... Todd ... Todd Haynes. Oder Fields? Todd Haynes. Nicht der von Tar, der andere. Von Vergiftete Wahrheit und, äh, Wanderstruck und Carol. Ich glaub, das ist der Haynes. Ja. Ja, und Todd Field ist der Tar-Typ, der nur drei Filme irgendwie gemacht hat. Genau. Aber nee, das war jetzt die Todd Haynes, ne? Ja. Und leider ist er halt noch nicht gestartet und dementsprechend, ähm, Todd Haynes. Und dementsprechend können wir über den heute nicht reden. Aber wir können über ein paar andere Filme reden. Unter anderem kommt heute das Regiedebüt von Aileen Tetzel. Die hat man vielleicht zuletzt in ... Oh, die ist super. ... in Wochenend-Rebellen gesehen. Da spielt sie die Frau von, äh, Florian David Fitz. Und die hat jetzt ihren eigenen Film gedreht, Falling into Place. Den hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber die Kollegen hier in Hamburg haben mir wirklich mehrfach gesagt, ey, guck dir den mal an, der ist gut. Der ist gut. Es geht hier um die junge Frau, die hat sich gerade frisch von ihrem Freund getrennt, weil irgendwie das alles nicht so kompatibel war und so. Und deswegen, ähm, nimmt sie aber trotzdem noch eine Reise wahr, zu den Isle of ... Was weiß ich? Irgendwo in Irland, glaub ich. Und, ähm, möchte da halt einfach abschalten. Ja, also sie lebt in London, Großstadt-Trubel erst mal hinter sich lassen, ein bisschen zur Ruhe kommen, die Trennung verarbeiten und so weiter. Und dort trifft sie halt in einem Pub, trifft sie halt einen jungen Mann namens Ian. Und der ist halt auch irgendwie so ein bisschen auf gerade Vergessenstour. So, ja, möchte ein bisschen abschalten, möchte irgendwie, ähm, den ganzen Trouble mit seiner Familie irgendwie, äh, die ihm sehr viele Bürden auflasten, möchte er irgendwie loswerden. Gleichzeitig versteht er sich eigentlich mit seiner Schwester ganz gut, aber die scheint schon, sich mehrfach umbringen zu ... Also, umgebracht haben zu wollen. Mhm. Kann man das so sagen? Sie wollte sich schon mehrfach umbringen. Sie wollte sich schon mehrfach umbringen, genau. Sie wollte sich schon mehrfach umbringen und das stürzt denen halt auch irgendwie in so ein bisschen, in so eine Lebenskrise. Ja, und die beiden lernen sich halt jetzt kennen, müssen aber halt erst mal mit ihren eigenen Problemen fertig werden, bevor sie sich jetzt wieder auf jemand anderen einlassen. Und das soll wohl alles relativ schick. Ja, ich hab da viel ... Ich hab ... Vertraut eingefangen worden sein. Ich mag sie ja total gerne. Ich find sie so großartig. Ich fand sie auch in Wochenende-Rebellen echt gut, weil das mal eine andere Rolle war auch für sie. Aber, ja, ich find die mega. Also, ich gönne ihr den Erfolg. Vor allen Dingen, dass sie das jetzt selber gemacht hat, inszeniert. Das find ich auch super. Es ist Schottland, Isle of Sky. Tut mir leid. Ja. Ey, ich bin interessiert dran. Ich hab mir den auf jeden Fall auf die Watchlist gesetzt. Ich bin mal gespannt, wie's ist. Vor allem ist es ja schön, dass eine deutsche Schauspielerin in Amerika oder in England drehen kann, beziehungsweise eine internationale Produktion, den jungen Mann, diesen Ian, den kennt man irgendwie aus The Witcher, Bridgerton und Outlander. Ähm, Chris Falten heißt der. Und das wurde produziert von denselben Leuten, die auch unter anderem diesen Tiger Stripes gemacht haben oder halt Systemspringer. Oh, cool. Also, die halt schon immer mal mit dem Auge auch auf den internationalen Markt schielen. Aber ist das dann eine deutschsprachige Produktion? Nee, ist eine englische. Also, okay. Also, es ist eine deutsche von hier, Wiedemann Bros Produktion, aber auf Englisch geschrieben und gedreht. Auf Englisch. Gefilde produziert. Deshalb sieht das alles so international aus, aber ist eigentlich von einem deutschen Regisseur vorwiegend mit deutschen Geldern finanziert und so weiter. Also, es klingt nach einem ähnlichen Prinzip. Ja, ist doch cool. Also, freut mich doch, dass solche Produktionen möglich sind. So, was machen wir dann? Hm, hm, hm. Ein Film, den ich auch nicht gesehen habe, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, kommt heute. Er heißt Blackberry, untertitelt Klick einer Generation. Ja, und schildert halt den Werdegang des Blackberries, also des Blackberry-Telephones, wie halt auch den Untergang. Das ist, glaube ich, also, deshalb interessiert er mich auch tatsächlich, obwohl ich mit, ich hab nie einen Blackberry gehabt und hab da auch nie eine Verbindung zu gehabt. Aber die Vorstellung, ich meine, überlegt mal, ihr erfindet ein Gerät, das super lange total angesagt ist und der Standard. Und dann kommt ein anderer Konzern und er findet einfach, während ihr noch am Markt existiert, eine technische, Revolution, nämlich das Smartphone und plötzlich seid ihr weg. Und diese Vorstellung find ich so super, dass ich richtig Bock hab, mir da den Film anzugucken. Ich finde, irgendwie der eine Typ sieht sehr aus wie Paul Dano in Dump Money, der Typ mit dem Stirnband. Ja, ja. Ich hab da, ich hab da Bock drauf. Ja, es soll eigentlich, also sollen so die typischen Stationen abhaken. Es geht halt um diese beiden Jungs, die halt das Ding in ihrer Garage entwickelt haben, dann zu einer großen Firma gegangen sind, um das vorzustellen. Und der Manager, der das irgendwie, sag ich mal, sich angehört hat, hat gemeint, ey Leute, der Titel ist scheiße. Pocket Link, glaub ich, sollte das Ding irgendwo sprich mal heißen. Also ihr braucht einen anderen Namen dafür. Und generell ist das alles irgendwie ein bisschen Quatsch so. Dieser Manager wurde dann aber selbst aus dieser Firma gefeuert und hat gesagt, weißte was, ich geh jetzt zu den beiden Jungs und helf denen, ihr Ding auf den Markt zu bringen. Und kam wohl dann halt auch mit dieser Blackberry-Geschichte um die Ecke, also das ist hier der Mann mit der Halbplatze, der den beiden dann halt hilft, das Teil auf den Markt zu bringen. Naja, weil er halt schon erkannt hat, dass es sinnvoll ist, einen Computer mit dem Telefon zu verbinden, aber nicht offensichtlich richtig registriert hat, beziehungsweise dann auch nichts dagegen machen konnte, dass Steve Jobs noch ein bisschen bessere Idee für die ganze Geschichte hat. Aber es ist ja schon spannend, dass jetzt diese ganzen Filme rauskommen hier mit Tetris und das, das ist so ein Revival in so einer ganzen Generation, war das ja wirklich ein riesen, ach hier, J. Barry Schell, ein riesen Unterschied war zwischen Vorher und Nachher, ne? ja, ich mein, also, Dr. Gordon. Genau. Carrie Elvis. Carrie Elvis, ja. Ja, also, oder auch dieser Air, Air, war auch dabei. also, wir haben jetzt eine Menge Kooperationsfilme, so, und ich hab ein bisschen Lust auf den. Ich glaub nicht, dass der, Dump Money könnte man da eigentlich auch dazu zählen. Der Rest des Neuer, also, das sind ja Air, was hattest du gerade noch gesagt? Tetris. Tetris und auch der jetzt, das ist ja alles in einem ähnlichen Selbe, selbe, ja. Beanie Bubble, Beanie Bubble, stimmt. Ja, es kommen die, die Produktfilme, die, die andere, die neuesten. Ja, ich mein, überleg mal, wie häufig das passiert ist, ne? Also, auch, hier mit Videorekordern. VHS, Betamax, Video 2000. Betamax war das beste, also, qualitativ hochwertigste. Video 2000, weiß ich gar nicht mehr, und dann ist VHS um die Ecke gekommen, oder hier Blu-Ray und das andere, wie ist das nochmal? HD, DVD. Ja, genau. Eins von beiden kann sich nur durchsetzen. Der Konsument will möglichst wenig Entschneidungen treffen und dann wär's cool. Ja, die VHS, ich weiß auch nicht, warum die VHS sich gegen Betamax durchgesetzt hat, aber auf der anderen Seite, ich mein, hast du mal mit Betamax rumhantieren können, müssen? Ja, ja, wir hatten am Anfang ein Betamax, weil mein Vater, der hat dann gekauft, ich weiß noch, dass wir in der Videothek waren in Hamburg, da mussten wir mal hinfahren, äh, das war, keine Ahnung, äh, ein Stelling oder so, das war die erste Videothek und da gab's VHS und Betamax und die Betamax-Abteilung wurde immer kleiner, immer kleiner über die Monate, bis mein Vater dann auch gesagt hat, aber gut, was hab ich jetzt davon, wenn ich weiter ein Betamax festhalten und wir keine Filme gucken können? Erstaunlicherweise hat meine Familie komplett am Anfang auf den VHS-Zug gesetzt, warum auch immer, ich weiß nicht warum, also, aber mein Vater hatte, glaub ich, noch mal ein Betamax-Gerät, so, ich fand's schon süß, ne, also diese etwas kleineren Kassetten, so, aber ja, das hat halt irgendwann keiner mehr gehabt. Nee. Ja, und ich muss auch sagen, der Apparat war deutlich größer als der VHS-Rekorder, den wir hatten. Das kann ich, dafür, dass die Dinge halt irgendwie doch ein Tick kleiner waren, war der Apparat so richtig groß. Naja. Aber ja, das wär auch nochmal ne geile Geschichte, der, der Krieg zwischen VHS und Betamax, beziehungsweise, ja, oder auch von mir aus. Die Zeit alleine in den Videotheken war noch geil. Ja, ah, schön, schön war die Zeit. Ja, gut, worauf kommen wir als nächstes zu sprechen? Ach komm, ich will den abhaken, ich will den loswerden. Heute startet's, nee, gestern ist im Kino bereits Maestro gestartet, der neue, Bradley Cooper Film mit Bradley Cooper in der Hauptrolle und Carey Mulligan in der eigentlichen Hauptrolle und inszeniert von Bradley Cooper und ja, Kandidat für die nächste Oscar, fürs nächste Oscar Rennen, deswegen startet er heute im Kino. Erst im Dezember kommt er dann zu Netflix, ich glaub 20. rum oder so und ja, schildert das Leben von, und jetzt sag ich's wieder nicht, das ist Leonard Bernstein, nicht Elmer, ne? Leonard Bernstein. Leonard Bernstein. Leonard Bernstein. Ja, ähm, Film beginnt ungefähr mit seinem, wirklich einem der wichtigsten Momente in Leonard Bernsteins, ähm, Leben, nämlich, dass er einen Dirigenten vertreten soll, äh, der krank geworden ist oder sonst irgendwas, um das Royal Philharmonic Orchestra, glaub ich, zu, äh, zu dirigieren und das war halt so der Durchbruch, da ist er dann auf die Bildfläche getreten, da ist er plötzlich der zum großen Star-Dirigenten geworden, das ist so der Anfang des Films, der noch in Schwarz-Weiß gezeigt wird, ich mein, der Film beginnt natürlich dann mit dem älteren Bernstein, der noch einmal ein bisschen so ein Interview gibt und ein bisschen was erzählt und dann lernen wir halt in Schwarz-Weiß kennen, wie halt Leonard Bernstein durchgestiegen ist, wie er seine Frau und ich hoffe, wie kann man den Nachnamen, wie spricht man den richtig aus, weißt du das, Antje? Ne, während du redest, überlege ich noch, ob es nicht doch Bernstein heißt, weil er ist ja, Bernstein? Ne, Bernstein. Bernstein. Sicher? Und ich meine, im Film sagen sie Bernstein. Ja? Achso. Okay. Aber ich bin, wie jedenfalls ihr Name ist, wie? Ja, ihr Name, äh, oh man, verdammt. Ähm, Monte, Monte, Wie schreibt man's denn? Ja, ich such's gerade. Achso. Okay. Oh man, wo ist es? Ich find den Namen nicht. Ähm, Felicia, heißt sie mit Vornamen. Mhm. Egal. Auf jeden Fall, wir lernen in dieser Schwarz-Weiß-Phase, lernen wir halt, wie er zum Star-Dirigenten wurde, wie er seine Frau, seine Langjährige kennengelernt hat. Wir bekommen mit, dass er bisexuelle Neigung hegt und dass sie das ein bisschen an ihm nagt und dann, ja, irgendwann, Monte, Montalegre, Legra. Montalegre. Montalegre. aber ich find's schon beeindruckend, was der da macht und leistet, der Bradley. Genau, Felicia, Montalegre, Cohn. Ja, und dann wechselt der Film irgendwann mal in die Farbe über und wir lernen die weitere Lebensgeschichte von Bradley Cooper kennen beziehungsweise noch mehr Probleme in seiner Ehe und irgendwann ist der Film vorbei. So ist das. Ja. Du findest ihn, glaub ich, etwas besser als ich. Ja, ich war ganz überrascht, dass ich mit dem was anfangen konnte, sag ich ganz ehrlich. Also ich finde, ich mochte schon Star is Born von ihm, hab aber auch schwer reingefunden in den. Ich weiß, ich hab den geguckt, fand den irgendwie für die Art Geschichte, die er erzählt hat, damals überraschend sperrig und brauchte dann zwei, dreimal mehr gucken, um da auch das Gefühl drin zu erkennen. Bei Star is Born? Bei Star is Born. Und hier hatte ich so ein bisschen eine ähnliche Befürchtung, weil ich finde, dass die Grundlagen beider Filme sehr ähnlich sind. Also wir haben auch hier wieder Musik im Zentrum, wir haben auch hier wieder ein Paar im Zentrum, die sich unterschiedlich entwickeln, was die Karriere angeht und so weiter. Und wir haben auch den gleichen Kameramann beispielsweise und diese gleiche Art, so die ganze Stimmung und so einzufangen, außer dass er hier eher so ein bisschen durch die Jahrzehnte geht, was so die filmhistorische Art, die das Ganze abzufilmen und zu fotografieren angeht. Und ich dachte, ich werde das wahrscheinlich alles zu schätzen wissen, aber mal gucken, ob der mich auch emotional kriegt. Und ich war doch überrascht, dass er das getan hat. Also es gibt gegen Ende hin eine Szene, wo ich wirklich Tränen in den Augen hatte, weil ich finde, dass Bradley Cooper wirklich sehr aufopferungsvoll spielt und ich diese zusammen, das Zusammenspiel zwischen ihm und Gary Mulligan auch wirklich sehr mag. Was man natürlich kritisieren kann, ist, dass der Film dafür, dass er von einem Star-Dirigenten und Komponisten handelt, wenig mit Musik zu tun hat. Es ist ein sehr musikalischer Film. Also als Prequel von Tar funktioniert er nicht. Das stimmt. Aber auf Erzählebene geht es wenig um seine Inspiration und so weiter. Also wenn man einen Film hört, es gibt einen Film über Leonard Bernstein, dann denkt man ja schon, ah cool, mal gucken, wie der auf so Ideen gekommen ist, wie West Side Story beispielsweise. Das liefert der Film gar nicht. Also der ist eher in seinem ganzen Rhythmus und auch was den Score angeht. Der ist, wie gesagt, es ist ein sehr musikalischer Film, aber es ist kein Film über die Musik. Und ich finde, das kann man kritisieren. Aber es ist nur ein Film über ihn. Nee, ist es eben nicht. Da wollte ich jetzt nämlich drauf hinaus. Und was man auch kritisieren kann, ist, dass es eben mehr eigentlich um sie geht und darum, wie sie ihn beeinflusst hat, sowohl in seinem Dasein als musikalisches Genie als auch als Privatperson. Und ich muss aber sagen, ich finde, das wirkt die ganze Zeit sehr aufrichtig. Also ich finde der Film ich mag die Sichtweise auf beide Personen, obwohl sich vor allen Dingen er sich immer wieder Fehltritte auch erlaubt in der ganzen Beziehung und so, wo ich auch manchmal aber denke, warum redet ihr nicht einfach ein bisschen mehr miteinander? Aber egal. Und ich mochte diesen ganz unzynischen Blick. Ich hatte so das Gefühl, Bradley Cooper liebt die Person, die er hier porträtiert. Nee, Bradley Cooper liebt sich selbst. Das war mein halt Gefühl. Na? Ja? Also ist das ein, ich hab einen Film für mich geschrieben, um endlich, Schauspieler inszeniert sich selbst. Na, das fand ich gar nicht. Also ich finde, für mich ist das schon in den Hintergrund von seiner Rolle gerückt. Und, ähm, ich finde aber schade, dass er am Anfang was anderes verkauft, als er am Ende ist. Also er beginnt mit einem ... Ey, die erste Stunde ist super. Als wäre es ein ... Der hat so ein Musical-Vibe, ohne dass gesungen wird, aber von der ganzen Schnittarbeit, von der Kameraarbeit, von der Dynamik, von der Energie, denkt man, ah, so ein Film ist das. Die Szenenübergänge, wie die sind. Die sind ... Da ist zwischen einem Szenenübergang vergehen Jahre. Genau. Und dann wird er aber sehr konventionell. Und das finde ich schade, weil so passt das irgendwie nicht so ganz so. Aber warum wird er konventionell? Weil er versucht sich selber ... Also ich weiß nicht, ich hab mir jetzt ... Das Ding war, ich sitze in dem Film drin und ich kenne zu wenig. Ich kenne den Mann zu wenig. Ich weiß zu wenig, was der gemacht hat. Ich guck mir das alles an und denke mir, ja, okay, danach hab ich auf jeden Fall Lust, mich über diesen Mann irgendwie mal zu informieren. Ich find's auch okay, dass man halt als Regisseur Bradley Cooper eher ungewöhnlich an dieses Biopic-Thema rangeht. So wie er halt zum Beispiel seine Biosexualität also thematisiert oder halt generell so diese ganze Anfangsphase von ihm. Der hat ja mit diesem Musical On The Town hat er ja seine ersten Schritte gemacht oder beziehungsweise seine ersten Erfolge gefeiert und sie nutzen hier dieses On The Town, um so ein bisschen seine Lebensgeschichte zu erzählen und dann auch schon mal drauf hinzuweisen, dass er halt schwul ist oder bisexuell. Und Carrie Mulligan steht daneben und wundert sich so und für mich hat sie da nicht den Eindruck gemacht, als hätte sie gerafft, dass das doppeldeutig ist. Nee, stimmt, da hast du recht, ja, genau. Also, ich fand halt irgendwie kam's, mir kam sie sehr überrascht vor, als sie irgendwann feststellt, dass ihr Mann sich halt auch für andere Männer interessiert. Weil das macht der Film von Anfang an klar, dass Leonard Bernstein oder Bernstein sich halt für Männer interessiert. Nenn den doch einfach Leonard. Lenny. 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 Okay, aber ist es, aber dann ist ja die Frage, weil ich hab schon Bock auf den Film, aber ich weiß genau, was du meinst, mit einem Schauspieler inszeniert sich selber. Star is Born ist ja auch nicht anders gewesen, ne? Also, und es ist trotzdem ein guter Film. Aber die Frage ist ja, gehst du aus diesem Film raus und hast das Gefühl, ich hab mehr über Leonard, Lenny, Bernsteinstein gelernt. Oder ist es, ja genau, oder ist es, ist es der Film, von dem Bradley Cooper sich einfach endlich erhofft, dass er nicht nur nominiert wird, sondern oben auch auf dem Treppchen steht. Das ist ja ganz häufig so. Du nimmst so Larger-than-life-Figuren, die Bisexualität in der Zeit und dann doch ein geniales Gehirn, aber beziehungsunfähig. Das muss man dem Film zugestehen. Das macht er nie zum Problem. Also er thematisiert nicht den gesellschaftlichen Druck. Was ich halt auch ein bisschen schade finde, weil er macht sich ja den Druck halt auch selbst. Und der kommt ja nicht von irgendwoher. Er muss ja irgendwoher die Annahme haben, dass es nicht in Ordnung ist, wenn er jetzt wirklich offen zugeben würde, homosexuell zu sein oder beziehungsweise sowohl Männer als auch Frauen zu lieben. So, ja. Und das ist halt das, Ding. Ich sitze halt am Ende, saß ich da und hab mich gefragt, was hat er mir jetzt eigentlich erzählt? Dass seine Frau ... Aber kommt er denn zu einem Ende, wo du sagst, okay, das ist ... Also, ihr habt es eben gerade so gesagt, erste Stunde ist super, dann wird er so beliebig, belanglos und dann hört er irgendwann auf. Also, hört er irgendwann auf. Ich finde, die Erkenntnis, die ich habe, ist, dass diese Frau sehr wichtig für sein Leben war. Ja, und dass die ein entscheidender Faktor in seinem Leben war, die mit alles beeinflusst hat, was er so gemacht hat oder ziemlich viel von dem beeinflusst hat, was er so gemacht hat. Jetzt weiß ich aber zum Beispiel inzwischen, dass der halt auch in einem, in ein oder zwei Konzentrationslagern Konzerte gegeben hat mit Überlebenden. Ja, zum Beispiel. Und so, ich hab gestern wirklich noch, oder ja, gestern oder vorgestern hab ich mir wirklich noch mal Sachen durchgeguckt. Ich hab mir Videos angeguckt, ich hab mir angeguckt, wie er spricht, weil ich find, ich glaub, es liegt an der Nase, aber ich find, Bradley Cooper legt ihn zu nasal an. Und es wird ja immer schlimmer im Film. Und ich hab mir Aufnahmen, alte Aufnahmen von einem alten Leonard Bernstein, unter anderem dieses Interview, was er an dem Klavier mit dem roten Polunder gibt, das hab ich mir noch mal angeguckt. Und er spricht nicht so, wie Bradley Cooper ihn angelegt hat. Er spricht nicht so. Und ja, die Entscheidung mit der Nase, ich glaub, Bradley Cooper hat's ganz simpel auf den Punkt gebracht, er wollte ihm halt einfach so ähnlich sein wie möglich. Wäre meiner Ansicht nach nicht notwendig gewesen. Wirklich, absolut nicht notwendig gewesen. Dass er's gemacht hat, find ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ich muss aber schon sagen, mir ist hier schon irgendwie aufgefallen, dass es halt eben nicht die Nase von Bradley Cooper ist. So, also es ist, aber auch das... Ja, aber auf der anderen Seite, das ist ja die Diskussion, die es ja auch im Vorwege schon gab. Also, Lenny hatte ja eine sehr markante Nase, ne? Und das ist ja sein Markenzeichen oder wie auch immer, das ist ja dein, das ist ja Teil, wenn du ihn darstellst, warum solltest du's nicht? Wenn du's maskentechnisch umsetzen kannst, auch so machen. Ich versteh die Diskussion im Vorwege nicht. Naja, also, ich sag mal so, die Nase wirkt für mich unecht. Und, also es bleibt den ganzen Film über. Sie wirkt für mich unecht, weil's immer noch, und da mein ich aber nicht das restliche Make-up, wenn er da zum Beispiel alt am Pilano sitzt. Da, find ich, fällt auch die Nase nicht so auf. Genau, das sieht gut aus. Aber der junge Bradley Cooper, oder beziehungsweise, wenn der Bradley Cooper den jungen, äh, Bernstein spielen soll, dann hat mich das irritiert. Okay. Ja? Und ich finde halt, wie gesagt, nachdem ich jetzt mir so ein bisschen was angeguckt hab und wie, wie Cooper spielt und so weiter, Bradley Cooper schafft es wirklich wunderbar, Bernstein zu imitieren. Aber, er wird's nicht. Er wird's nicht. Okay, das ist ja spannend. Aber das ist ja, das ist ja ehrlich gesagt genau das, was ich gerade meinte. Das heißt, er hat sich ein Vehikel geholt, das er nicht ausfüllen kann. Ja, also, es ist mehr, ja, mehr Imitation als Interpretation. Und, das fand ich ein bisschen schade. Und ich hab mich, wie gesagt, am Ende dann gefragt, warum heißt der Film Maestro? Weil, On the Waterfront, West Side Story, es wird alles in Nebensätzen abgehakt. Zack, 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 zack. Ja? Und dann kommt eins seiner bedeutendsten Werke, das ist die Szene, wenn sie in den Pool springt, eins seiner bedeutendsten Werke stellt er fertig. Und ich krieg überhaupt kein Ausmaß, also ich krieg überhaupt kein Gefühl dafür. okay, aber das ist, ja, aber, weißt du, ich glaube, das ist ja ganz häufig bei solchen Filmen das Problem, wenn du eine Karriere beleuchtest, ne? Worauf konzentrierst du dich dann? Also, das ist ja dieses, machst du dann die ganze Karriere, also zeigst du so, das ganze Schaffen dieser Person, konzentrierst du dich auf einen Ausschnitt, konzentrierst du dich auf diesen Punkt, irgendwo wegknickt, ne? Das ist ja bei den meisten Biopics so, irgendwann erliegen sie dann ihrem eigenen Erfolg oder ihrem eigenen Dämonen oder sowas. Und, ja, aber dann ist das ja total berechtigt, also ist er, ist er zwar gut, aber Carey Mulligan ist, ey, Carey Mulligan ist über jeden Zweifel erhaben, wenn die nicht für einen Oscar nominiert wird, ähm, muss ich mich ernsthaft, ey schon, ja, ich meine, und die muss den einfach auch mal kriegen. Ich meine, wie gut ist die bitte? Ja. Und hättest du den Film Felicia genannt, wäre das eigentlich auch deutlich besser gewesen. Ja, aber das ist dann gegen sein Ego. Ja, aber das ist halt, genau, und das ist halt das Problem. Ich möchte gerne jetzt auch, äh, unsere Kollegin Mia hat's gesagt, ich möchte gerne jetzt mal einen Film von Bradley Cooper sehen, wo er nicht diese Doppelbelastung hat zwischen Hauptdarsteller und Regisseur. Der soll jetzt einfach mal einen Film inszenieren. Fertig, aus. Der soll nicht die Hauptrolle spielen, wenn überhaupt nur mal am Rande auftauchen, der soll einfach mal sich darauf konzentrieren, einen Film zu machen. Wäre dieser Film weiter so verlaufen, eigentlich ist es der Wechsel zur Farbe, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Wäre der Film weiter so verlaufen, wie diese erste Stunde, wo es nur in schwarz-weiß ist, hätt ich auch gesagt. Fantastisch so. Echt gut. Weil, also diese ganzen Kamer, die Kameraführung, die Bildgestaltung, die Kostüme, alles toll, alles top notch. Ich glaube, das ist dann eben sein Problem, ne? Er ist getrieben, er ist besessen und er will dieses Ding nach Hause bringen. Aber er will's zu viel. Ja, klar, aber ich glaube, er scheitert ja gerade Anspruch und Ego. So wie es jetzt ist, ist es halt leider kein Film, der komplett in Erinnerung bleibt. Also ich hab, du hast gerade so ein bisschen aufgezählt, so wie man unterschiedliche Lebenswege porträtieren kann. Weshalb erinnern wir uns jetzt immer noch an einen Film wie Steve Jobs? Das wollte ich gerade sagen. Weil der einen ganz, ganz anderen Anlass, den hab ich neulich mal wieder geguckt und der ist halt einfach wirklich richtig gut. Aber er hang, es ist kein verfilmter Wikipedia-Artikel. Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen das Problem, wenn du merkst, all das, was ich in einem Film sehe, könnte ich mir auch durchlesen bei Wikipedia und wäre genauso schlau. Und deshalb muss ich aber wiederum Maestro loben, weil all das, was er von Felicia erzählt, das findet man nicht im Wikipedia-Artikel. Das stimmt. Und das ist aber halt dann, wie gesagt, weg von dem eigentlichen... Ist halt ein bisschen doof, wenn du den Film Maestro nennst und sagst, es ist ein Leola Bernstein-Porträt. Also wie gesagt, ich finde, er wollte ein bisschen zu viel hier und das schlägt sich leider in meiner Empfindung des Films wie nieder. Und trotzdem ist es immer noch ein guter und solider Film so. Aber ja, ich war irgendwie nicht so angetan, weil ich nicht ganz verstanden habe, was ich mir da jetzt angeguckt habe. Ich glaube, dass er so oder so... Ich glaube, Carrie Mulligan nach eurer Aussage wird ja auf jeden Fall nominiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn dann... Make-up wird auf jeden Fall... Also Make-up müssten sie eigentlich auch eine Nominierung kriegen. Das fände ich auch verdient. Und auch Kamera muss ich wirklich... Ja, ey, Kamera habe ich auch kein Problem mit. Also wirklich gar kein Problem mit. Kann von mir aus auch eine Nominierung kriegen. Bester Film halte ich für unwahrscheinlich. Nee, glaube ich nicht. Halte ich für absolut unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, ich befürchte, er wird gar nicht so eine große Rolle spielen, wie es jetzt vielleicht von Netflix gehofft ist oder auch Bradley Cooper hofft. Das glaube ich auch. Was denn eigentlich, wollte ich die ganze Zeit fragen, Entschuldige, was ist denn hier mit Bike Riders? Hat jetzt einen neuen Verleih. Und wann soll der rauskommen? Äh, ich glaube, noch innerhalb des Award-Rennens. Weil das sagen ja auch ganz viele, ne? Tom Hardy, Austin Butler. Ja. Man überlegt dir immer, also ich glaube ja, Leo wird nominiert werden für Killers. Die Frau Gladstone wird nominiert werden für Killers. Genau, Robert vielleicht ja auch. Dann stellen wir vor, Bradley Cooper, Austin Butler in der Kategorie, ey. Robert Downey Jr. wird nominiert werden. Oh ja, Cillian Murphy. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass Cillian Murphy nominiert wird. Ey, was wird das bitte? Ja, Margot Robbie vielleicht für Barbie? Ja, kann ich. Und Ryan Gosling auch. Denke ich, könnte auch passieren, ja. Die Frage ist halt bei Ryan Gosling, was sie sich mehr trauen. Ob sie sagen, männliche Hauptrolle, weil das ist er eigentlich in meiner Ansicht noch nicht. Glaube ich nicht, ja. Oder ob sie sagen, männliche Nebenrolle. Und für männliche Nebenrolle könnte ich tatsächlich bei Barbie. Ja. Ich meine, überleg mal damals die Diskussion hier bei Django Unchained mit Christoph Waltz. Beste männliche Nebenrolle. Ja. Wir alle haben gesagt, das ist eine... Eigentlich Quatsch. Emma Stone wird garantiert nominiert für Four Things. Eine der besten Filme des Jahres. Ah, verhandelt. Geil. So, kommen wir aber mal zu weiteren schönen Filmen. Unter anderem, oder was heißt zu Filmen, für die man vielleicht ein bisschen Geduld braucht, die auch nicht ganz die beste Laune verbreiten. Aber der hat mir jetzt doch, ich hab ihn gestern frisch gesehen, der hat mir doch ganz gut gefallen. Er heißt Wie wilde Tiere. Ist ein spanischer Film. Hat in Spanien bei den Goyas, dem spanischen Filmpreis, abgeräumt wie die Hölle. Neun Stück. Kassiert. Ja. Und handelt hier von einem leerer Paar in den 50ern. Die sind jetzt, oder haben alle Zelte abgebrochen und sind jetzt nach Galicien gezogen. Spanien. Und wollen dort mit, ja, Tomatenverkauf, beziehungsweise ein bisschen Landwirtschaftsverkauf, also Salate, Tomaten und so weiter, Gemüse, Obst, wollen sie sich ein bisschen über Wasser halten und renovieren nebenbei, ja, alte verfallene Häuser, um sie halt an den Leuten, denen sie gehören, Er ist der Lehrer. Er ist der Lehrer. Genau. Ähm. Und das Problem ist aber, naja, sie werden im Dorf nicht so akzeptiert oder wurden noch nie so akzeptiert, äh, wie halt viele andere, die halt in dem Dorf geboren sind und so weiter. Und es wird vor allem schwierig, weil eine Windkraftanlagenfirma wollte eigentlich gerne dort Windräder aufstellen. Aber die beiden haben sich da irgendwie dagegen ausgesprochen, weil sie halt der Meinung sind, dass das Land dadurch zu sehr verschandelt wird und das ist für die örtliche Bevölkerung natürlich ein riesengroßer Aufreger, weil die sich natürlich erhofft haben, von dem Geld der Firma halt ein bisschen besser leben zu können. Und ja, aufgrund dieser, sag ich mal, Entscheidung entbrennt jetzt so nach und nach zwischen dem Lehrer, seiner Frau und den beiden Nachbarn, einem Bruderpaar, äh, richtige Kuhbauern, glaub ich, ähm, entbrennt jetzt halt so ein richtiger Streit. Der kocht immer höher und immer höher und der Film... Das ist die Szene da in der Scheune, wo er sagt, ich wünsche, ihr werdet in ein anderes Dorf gezogen. Ey, und das ist eine der geilsten Stellen im Film. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... Dieser Dialog. Ja, ja. Weil... Du denkst, du weißt, wo es rauf hinausläuft. Genau, du denkst am Anfang so, also ich musste tatsächlich sehr oft an Sam Packing Pass, wer Gewalt sät, denken, so, aber so verläuft der Film nicht. Der Film macht tatsächlich ein, zwei Sachen, wo ich gedacht hab, ach, guck mal. Mhm. Ja, oder beziehungsweise, echt, das machen sie jetzt? Och, krass. Also, der verlagert tatsächlich so seine Schwerpunkte, äh, irgendwann mal so... Die Perspektivwechsel. Ja, die Perspektivwechsel, so nach so ungefähr knapp zwei Drittel des Films. Ja. Und du bist die ganze Zeit bei dem Lehrer und irgendwann bist du halt nicht mehr bei dem Lehrer und trotzdem auch dafür, dass du eigentlich die Position dieser beiden gebildeten und freundlichen und offenen Menschen irgendwie einnimmst, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hab im Nachhine... Also, ich hab nach und nach immer mehr die Perspektive der örtlichen Bauern und so verstanden und gerade von diesen beiden Brüdern. Ich konnte nachvollziehen, weshalb sie auf ihn so einen Hass haben. Weil auch diese ganze Höflichkeit, ich weiß nicht, wer es sagt, aber irgendwann bekommt die von Dennis Minochette gespielte Person, ähm, gesagt von einem der Einheimischen, mach mal nicht so einen auf intellektuell. Ja. Und man denkt sich, ja, was soll denn jetzt dieser Ratschlag so? Weil ich finde auch nicht, dass die das wirklich raushängen lassen, die meiste Zeit. Nee. Es sind halt einfach, sind halt, die sind auch nicht, die sind auch nicht so intellektuell, die geben sich halt ganz normal, gegen die wirken die anderen nur so ein bisschen hinterwäldlerisch. Und auf einmal fängt der Film das dann aber so an, so einigermaßen fast schon gerade zu rücken. Und dann ist da eben dieser Monolog, der dann endet mit, ich wünschte, du wärst woanders aufgewacht. Und plötzlich raffst du, warum die anderen ihn diese, diese Intelligenz, diese vermeintliche, für so herablassend halten. Weil er überhaupt nicht in der Lage ist, die sind, die sind überhaupt nicht in der Lage, irgendeinen gemeinsamen Nenner zu finden. Und sie versuchen's. Genau, sie versuchen's und ob sie's wollen oder nicht, der eine bleibt aber immer hier, weil er denkt, ich begebe mich nicht herab. Genauso die anderen aber auch. Und plötzlich sind, bist du bei beiden, wo du denkst, das ist ein Konflikt, den kriegst du nicht gelöst. Und es ist nur die Frage der Zeit, wie der durch äußere Umstände aufgelöst wird, weil es muss irgendwann explodieren. Also sehr smart. Also das ist tatsächlich, ich muss auch sagen, das war sehr smart, gerade diese Szene, weil in so vielen Filmen hast du dann den vermeintlichen Protagonisten, der irgendwie, ja, eine Beleidigung, eine Demütigung, eine Schikane nach der anderen irgendwie erduldet hat und irgendwann ist es fast übergelaufen und du schreitest über und wehrst dich. So. Und hier diese Szene, er kommt halt da an und das ist halt auch auf der Mitte des Films so, er kommt halt da an und sagt halt so, ich will dir jetzt einen ausgeben und das kannst du jetzt nicht abschlagen, weil sonst wäre es unhöflich. Ja. Und dann gibt er dem halt und seinem Bruder gibt er halt einen aus und macht halt das, was in so vielen Filmen eigentlich nicht gemacht wird, sie reden miteinander. Ja. Und während der Lehre, und da merkt man das ganz deutlich, während der Lehre tatsächlich geopolitisch in ganz viel größeren Bahnen irgendwie denkt und handelt, als es eigentlich notwendig ist, sehen die Bauern halt nur das, was vor sich ist. Und ich muss echt sagen, dieser Kshan, so heißt der Ältere von den beiden Brüdern, den siehst du, glaube ich, in der allerersten Szene und erlebst den, wie er halt so redet und wie er halt am Tisch in der Kneipe sitzt und so den ganzen Laden eigentlich im Griff hat und jeden beleidigt und nur seine Meinung ist wichtig und man merkt auch so eine Art, ja, latenten Rassismus bei ihm so, ne, weil alle Ausländer und, ah, brauchen wir alle nicht und was weiß ich und, ähm, du denkst halt die ganze Zeit, boah, ey, was ein Bauer und was ein Arsch. Aber in diesem Gespräch wird halt erst mal klar, was seine Motive sind und die sind gar nicht so abwegig, sondern nachvollziehbar. Sondern die sind echt nachvollziehbar. Ja, aber das find ich ja ganz geil, wenn du, wenn du, wenn du einen Film schaffst, dass du, was ihr gerade meinte, diesen Perspektivwechsel zu kreieren, dass du dich nicht, wie gelernt, immer auf die, auf eine Seite schlägst, sondern dass dich das auf einmal dreht, ne? Und das ist ja noch ein Perspektivwechsel. Wollte ich gerade sagen, das Überraschende ist, diesen Perspektivwechsel meinen wir gar nicht. Es gibt ja noch einen. Ach so. Es gibt noch einen. Klingt geil. Ihr habt mich schon eingekauft. Mehr will man auch gar nicht irgendwie erzählen. Der Film geht ein bisschen lang und wie gesagt, nimmt sich seine Zeit, weil er halt eben diverse Dinge, sag ich mal, auch zeigt. Wie heißt der Nummer? Wie wilde Tiere heißt der. Wilde Tiere. Weil er halt diverse Dinge halt zeigt, die man in anderen Filmen vielleicht deutlich kürzer sehen wollte. Und ich muss sagen, mich hat der Film von seiner ganzen Idee und auch fast von seiner Inszenierung an Speak No Evil erinnert, aber in, obwohl er wesentlich weniger drastische Dinge zeigt, finde ich ihn viel konsequenter. Aber ich würde fast behaupten, beide Filme verfolgen das Gleiche. Auch so das Unbehagen und auch so den, ich sag fast mal, so einen subtilen Terror, den sie so gegenseitig sich so zuspielen. Aber ich finde, hier gelingt es viel, viel besser, weil er diesen, er braucht diesen Schockeffekt nicht. Nee. Und trotzdem, der Film hat einen Payoff, aber der ist nicht so auf, 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 so auf Radikalität aus. Ja und auch nicht auf so eine Überhöhung. Also er bleibt eigentlich relativ am Boden und das hat mir dann auch ganz gut gefallen. Apropos am Boden, also auch allein diese, diese Eröffnungsszene. Waren das die zwei Männer, die dieses Pferd niedergerungen haben? Nee, nee, nee. Das war ein anderer, oder? Das war ein anderer, ja. Aber man, einfach was man da sieht. Es ist total, ich hab das noch nie gesehen. Ich hab's auch noch nicht gesehen. Also es gibt halt hier in Galicien und halt gerade bei einer bestimmten Volksgruppe, die dort ansässig ist, gibt es die Tradition, es ist so eine Art Männlichkeitsritual, dass, ähm, ja, Wildpferde oder verwildete Pferde, ich weiß nicht, wie es hier in Europa ist. Ich glaub, ich weiß nicht, ob noch Pferde... Aber ich mach das jede Woche, einmal. Ein Pferdniederring? Ja. Im Volkspark, ja. Und du siehst halt am Anfang in Zeitlupe, wie halt so zwei Typen... Also das wäre im Trailer. Ja, ja. Das sind die ersten Bilder des Films, wie die halt dieses Pferd niederringen, um ihnen die Mähne oder den Schweif zu schneiden. Ja, und irgendwie zu Brandmarken oder so. Ja, ja. Ja, genau. Es ist wirklich... Und ich frag mich, was diese Allegorie soll, weil man sieht manchmal noch diese Pferde und ich hab mich gefragt, wer hier dieses Wildpferd ist, das niedergerungen... Dann wer sind die, die es niederringen? Ja, weil es gibt am Anfang eine Texttafel, wo halt diese Tradition erklärt wird und da heißt es, wenn ich mich richtig erinnere, damit die Pferde ein wildes Leben führen können, werden sie niedergerungen, gebrandmarkt und die Mähne abgeschnitten und dann werden sie in die Freiheit entlassen. Und das hab ich leider, ich fand dieses Bild großartig von der Visualität her, aber ich hab diese Symbolik auch nicht verstanden, muss ich gestehen. Also ich frag mich, wer hier halt wirklich der Niederringe ist und wer hier halt das Wildpferd sein soll. Ja, das hab ich auch verstanden. Das ist nicht so ganz klar, obwohl dieses Bild vom Niederringen wird halt im Film nachher nochmal aufgegriffen. Also, aber ey, ich muss sagen, ich fand den groß. Ich find auch hier Marina Foix, die Frau und Dennis Menoschee, beide super. Der Menoschee vor allem, am Anfang denkst du dir halt so, das ist so ein tumbe, einfacher Typ, der halt, ja, arbeitet. Ein richtiger Arbeiter so. Und dass die halt alles ein bisschen mehr auf dem Kasten hast, erfährst du erst im Laufe des Films. Also du erfährst vieles erst im Laufe aus dem Film heraus. Ja, toll, aber wenn du mit so Figuren wächst und dann vor allen Dingen dann so reingezogen wirst und dann erst auf, find ich ja geil. Aber das find ich super. Also schön, tolles europäisches Kino, ne? Ja, absolut. Und da machen wir doch gleich mit tollem... Für einen Oscar bester fremdsprachiger Film vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie aber eingereicht wurde, aber... Ich mein, mit neuen Goyas im Gepäck könnte man eigentlich machen, ja. Vor allen Dingen wär das mal schön, wenn das, weißt du, diese Kategorie so ein bisschen mal aufmischt, ne? Ja. Ja, wo wir aber... Bleiben wir bei Europa. Ein Film, ein Regiedebüt, wenn ich's jetzt richtig verstanden habe. Ja, ist ein Debüt, ja. Kommt jetzt aus England und, ja, hat mir... Ich hab's an eigen... Also was in diesem Film passiert, hab ich selbst durchexerziert, mehrere Jahre hinweg, aber halt auf der anderen Seite. Und jetzt hab ich halt gesehen, was meine Tochter in ein paar Jahren machen wird. How to have sex heißt dieser Film. Vielleicht auch nicht, weil ich hab das alles nicht durchexerziert. Meine Tochter wird das machen. Okay. Es geht hier um drei, ja, britische Freundinnen, M, Sky und Terra, die halt nach Griechenland fahren, nach Malia, um dort mal so richtig die Sau rauszulassen, beziehungsweise sich so richtig das Programm zu erteilen. Und, äh, Zielsetzung ist es vor allem, dass Terra, die einzige Jungfrau von den dreien, jetzt ihre Unschuld halt verliert. Und ja, nimm meinen Malle-Urlaub 1994, 94, 95 und 96 und du hast das nur halt aus der weiblichen Sicht. Und ich fand den Film echt toll. Ich auch. Ich muss sagen, ich find den echt klasse. Er macht mir halt scheißangst, wenn meine Mutter, äh, wenn meine Mutter, wenn meine Tochter mich dann halt irgendwann in ein paar Jahren fragen wird, ey, ich möchte mit meinen beiden Freunden, am besten mit Pippa und, wer nehmen wir noch? Emily. Ach so. Ja, Pippa und Emily. Wenn meine Tochter sagen möchte, ich möchte mit Pippa und Emily in Urlaub fahren, weiß ich, ich leg mir diesen Film ein und nee, den werd ich ihr einlegen und sagen, hier, bevor du da hinfährst, guck dir diesen Film an. Und dann, bedenk bitte, alles, was du da machst, gern zweimal. Ja, die lernen halt ein paar Jungs im Urlaub kennen, die gehen halt feiern und saufen und so weiter und das ist echt am Anfang, das ist erstmal schön. Ich hab darüber auch gelesen, das ist ja ziemlich cool sein so. Und am Anfang ist halt vor allem auch geil, du siehst halt erstmal, wie sie einfach nur saufen und dann am nächsten Tag richtig im Arsch sind, aber trotzdem wieder weiter saufen oder beziehungsweise weiter feiern gehen so. Und ja, es ist mein Malle-Urlaub, zumindest 95, den ich genauso exerziert hab. Mit der gleichen Prämisse, das war ja auch das Schlimme. Also, wir sind ja auch damals in den Urlaub gefahren und haben gesagt, wer nicht irgendwie jemanden flachgelegt hat, wer auf Malle war und hat niemanden flachgelegt, war nicht auf Malle. Ja, mit so einem Quatsch bin ich damals halt ... Geil. Aber auch eine geile Prämisse für den Urlaub. Ja. Es ist die bescheuerste Prämisse, die man haben kann. Darf ich einmal ganz kurz, bevor ihr eine andere Prämisse bei mir entschwindet, während ihr noch über House of Sex redet, aufs Klo gehen. Du musst jetzt aufs Klo. Ja, weil ich seh, dass bis Ende noch 39 Minuten sind, das schaff ich nicht. Ja, dann machen wir einen kurzen Break, den werdet ihr kaum wahrnehmen und Steven, geht mal eben kurz für kleine Malle-Urlaube. Danke. Bis zum nächsten Mal. So, die Blase ist leer, Steven ist hoffentlich immer noch interessiert und ja, wir waren bei How to have sex. Ich finde, es ist Leermaterial. Ja, das bestätigt mich in so vielen Dingen. Ich bin das Gegenteil von Schröck. Ich hab das alles nie gemacht und wer hätte das gedacht, ich bin keine Partybox. Ich hab das aber auch nicht gemacht. Ich bin auch nicht mit meinen Jungs nach Malle gefahren und dann lief die Wette, wer jetzt jemanden flach legt, der war nicht auf Malle. Nein, pass auf. Du musst dir vorstellen, wir fahren nach Malle und dann kommen, alle hatten, außer mir, die größeren Brüder und die kommen natürlich mit diesen Sprüchen. Und das ist halt so, die größeren Brüder, die großen Jungs, wenn die halt irgendwie was vorgeben und irgendwas sagen, dann bist du als ... Ja, vor allen Dingen die größeren Brüder, die immer so tun, als wenn sie ... Ja, aber das ist doch die Idiotie an der ganzen Geschichte. Ja, ja, genau. Nein, also ich glaube, der Film ist super, aber auch da, ja. Er ist halt, und irgendwie finde ich, hat er da Ähnlichkeiten zu dem Film, den wir davor besprochen haben, weil der auch nicht so radikal auf eine bestimmte Sache hin zuläuft, sondern es brodeln viele verschiedene Dinge und es werden auch zwischendurch immer mal wieder so gewisse Thematiken aufgegriffen, glaube ich, mit denen junge Frauen sich auch im Urlaub zwangsweise auseinandersetzen müssen. Abschluss, was machen wir demnächst und so weiter. Aber auch so, ich finde das Wechselspiel in dem Film so spannend, auf der einen Seite diese starken Frauen zu zeigen, wie sie halt einfach saufen, wie sie sich an Typen ranschmeißen, wie sie bei irgendwelchen ganz komischen Wettbewerben teilnehmen. Ach, das war, also, das fand ich fast verstörend. Low-Job-Style. Ja, genau. Das fand ich ganz merkwürdig. Und dann aber auch zu zeigen, dass das kippen kann, ohne, und ich finde nicht, dass dieser Film den Zeigefinger so pädagogisch erhebt, sondern dass der ganze Film dadurch, wie er erzählt ist, gleichzeitig so eine fast schon Liebeserklärung an dieser Art Urlaub ist. und allein, was der halt teilweise, wie er mit dem Licht spielt, dieses grelle, ätzende, fast schon McDonalds-Licht. Oder Tarnarzt-Licht, dieses ganz kalte und alles um einen herum ist laut und man kann dem nicht entfliehen und so. Und wie die Mädels aber darin aufgehen und da voll Bock drauf haben, man aber auch sieht, in diesem Raum sind manche Dinge, da wird nicht viel gesprochen. Und das ist vielleicht manchmal das Problem, wenn man halt nicht miteinander redet, sondern halt dann auch sagt, das gehört hier halt einfach dazu. Also dieser, was im Urlaub bleibt, bleibt im Urlaub-Gedanke, dass man da dann auch sagt, das lasse ich hier über mich ergehen, was ich woanders vielleicht nicht machen würde oder das nehme ich hier hin und woanders wäre es aber ein Problem für mich. Und dann werden da auch durchaus unangenehme Sachen gezeigt. Genau, weil Best Holiday Ever lässt sich halt nicht so gerne in Einklang bringen mit irgendwelchen, sag ich mal, ersten Malen, die vielleicht doch nicht so geil waren, wie alle mir vom ersten Mal erzählen. Oder halt, wenn Jungs dann doch irgendwie ein bisschen vorderner sind und man eigentlich gedacht hat, die sind eigentlich ganz nett und zärtlich und wissen, wie man auf jemanden eingehen muss, damit man halt auch gemeinsam intim geht und so Sachen. Und ich fand aber auch die Dynamik innerhalb dieser drei Mädels immer spannend, weil da ist eine, die ist eigentlich schon erfahren, die hat eigentlich, die hat es gar nicht mehr nötig, irgendwie sich zu profilieren oder sonst irgendwas. Und man merkt immer wieder, wie sie halt diese Terra versucht zu, ja, bloßzustellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die machen da so Trinkspielchen, Never Have Ever oder sonst irgendwas so oder ich hab noch nie, bla bla bla. Und dann kommen da immer so kleine, so fiese oder ätzende Spitzen, wo man halt sich fragt, warum macht sie das? Sie hat überhaupt keine, also sie, man merkt bei dieser, das finde ich auch gut gespielt, man merkt bei ihr so ein bisschen, sie sieht irgendwie eine Konkurrenz in dem jungen Mädchen, das noch keinen Sex hatte. Ja, und irgendwann ist nämlich der Punkt, an dem das nicht mehr da ist, also das können wir ja sagen, die Terra hat ja irgendwann ihr erstes Mal. Und dann sucht sie sich aber andere Punkte. Also dann geht's halt darüber, es steht auch die ganze Zeit die Frage, warum haben sie ihre Abschlussprüfung bestanden? Und dann wird das plötzlich zum Angriffsziel von ihr. Und auch das wird, ohne dass man das auf ein Ereignis festlegen könnte, merkt man irgendwie, scheint es zwischen den beiden zu kriseln, aber da wird auch kein großer Krach draus. Also das ist... Es wird gar nicht erst, die Probleme werden einfach nicht angesprochen. Die haben halt keinen Platz in Best Holiday Ever, sondern sie werden halt irgendwie mit Alkohol und Party wie so ein bisschen beiseite geschoben. Vielleicht irgendwann sprechen die sich aus. Vielleicht, wenn sie zurück in der Heimat sind, kommt's zur Aussprache. Vielleicht kommt's auch zum Krach. Weiß man nicht. So. Aber im Urlaub machst du das eigentlich nicht. Und wenn du's im Urlaub machst, dann weißt du halt, dann ist der Lagerkoller da, dann ist der Hotelfrieden schief und so. Und da kann ich auch verstehen, warum das Mädchen und die Kleine, diese McKenna Grace, so wie sie heißt. Das ist fantastisch. Die ist super. Ist das die im grünen Kleid? Ja, das ist die im grünen Kleid. Die erinnert mich ein bisschen an so eine noch kleinere Florence Pugh. Hab ich auch gedacht. Eine Mischung aus Florence Pugh und die Dame aus die Vielmerkern aus Fuck You Goethe. Jeller Hase. Eine Mischung aus Florence Pugh und Jeller Hase. Ich muss ein bisschen Elsie Fischer aus Eighth Great Day. Oh, glaub ich. Ja. Ja, aber ist egal. Auf jeden Fall, die macht es toll. Die macht es wirklich toll. Und ich sehe da so 100% meine Tochter drin. Ich sehe da so. In ihr? In ihr, ja. Dann ist sie aber definitiv die Sympathischste von allen. Hoffentlich. Aber halt auch verunsichert. Weil eben, ey, wir sind jetzt hier im Urlaub, hier sind jede Menge heiße Boys. Wenn du in diesem Urlaub nicht flachgelegt wirst, dann war das kein Urlaub. Weißt du? Und diese Drucksituation, diese gesellschaftlichen Konventionen. Aber das ist ja in England noch viel extremer. Eben, eben. Und was ich auch cool finde, das ist das, was Antje gesagt hat. Dieser Film versucht nicht irgendwie sehr krass über die ganzen Leute zu urteilen. Selbst die Jungs, die man als zwar schon potenzielle Gefahr irgendwo sieht und wahrnimmt, ja, oder denen man halt nicht unbedingt trauen sollte, selbst die kriegen dann irgendwo noch ein bisschen Verständnis, beziehungsweise sind halt auch nur Boys in dem Alter, die halt glauben, sie müssten so sein. Und das ist ja das Ding. Und ey, wirklich, der Film könnte meiner Ansicht nach an Schulen laufen, um zu sagen, ey Freunde, das kann auf euch zukommen. Und entweder bei euch ist es nicht so und ihr habt Glück gehabt, oder es ist bei euch genauso. Aber dann müsst ihr euch nicht schämen, sondern dann wisst ihr, ihr seid nicht alleine. Ja, aber ey, oh, da können wir ja einen Riesenfass aufmachen über Schulerziehung und Schulbildung in Deutschland und wie sehr das von der Realität entfernt ist. Es gibt jetzt ja gerade eine Riesendiskussion aufgrund dieser neuen PISA-Umfragen, weil Deutschland wieder in allen Kategorien verkackt und wer jetzt drüber spricht, es ist so unfassbar. Es ist also, wie desolat dieses System ist. Wie hieß der Vokabeltest, den es jetzt gibt, der durch alle Schulen geführt wird, den müsst ihr dann bestimmt, müsst ihr die auch gemacht haben, oder? Ja, weiß ich nicht mehr. Oder ihr? Das sagt mir gerade nicht. Es gibt so einen Vokabeltest, der jetzt irgendwie in Hamburger Schulen, glaube ich, oder zumindest in norddeutschen Schulen einmal komplett flächendeckend... Ja, aber überleg mal, so einen Film, ne? Also so einen Film, um Kinder, Teenager, die jetzt, sag ich mal, in die Pubertät rutschen, wo das jetzt losgeht, zu zeigen, wäre doch super. Also weißt du, also nah am Leben dran, damit die überhaupt ein bisschen was lernen, aber... Und der ist nah am Leben dran. Der ist voll nah am Leben dran. Also vor allem auch musikalisch, muss ich sagen, hat der mir sehr gut gefallen. Ich hab jetzt zwei aufgeschrieben, sag mir den... How to have sex. How to have sex. Und der erste... Wie wilde Tiere. Ja, genau. Gut, und ich mein, also How to have sex, wie gesagt, von mir auch eine Empfehlung, toller Film. Und ich weiß nicht, ob du für den nächsten Film eine Empfehlung brauchst oder ihn vielleicht sogar schon gesehen hast oder ohnehin reingehen willst. Denn jetzt haben wir noch einen Film im Kino, in den hab ich so gar keine Hoffnung gesetzt. Und ich bin erschreckend begeistert. So kann man's, glaub ich, sagen. Ich bin erschreckend begeistert. Ja, ich hab ja, hab ich bei Twitter deine Kritik geteilt mit dem Satz, dadurch, dass dieser Film dafür gesorgt hat, dass ich neben, in einem Musical, neben einem begeisterten Daniel Schrocker, hat dieser Film immer einen Platz in meinem Herz. Ja. Wonka. Oh. Hab ich leider noch nicht gesehen. Ich wollte hin. Am Montag war die Pressevorführung. Ich hab aber von dem lieben Dominik Porschen, der leider heute nicht dabei ist, gehört, wie toll er ist. Ey. Er ist toll. Wirklich. Ich hätt's nicht für möglich gehalten. Aber es sind ja auch die Jungs, die Paddingen gemacht haben, oder? Eben. Ja, ey, ganz im Ernst, Paddingen haben wir doch jetzt ein paar Mal drüber diskutiert. Paddingen 1 und Paddingen 2. Paddingen 2 ist ja fast besser eigentlich als der erste. Aber was die da schon gemacht haben, wenn die das auch nur halb so hingekriegt haben, dann ist... Und es ist viel Paddingen drin. Also man merkt, dass es... Ich hab's beschrieben als... Stell dir vor, und den magst du ja auch, stell dir vor, der Regisseur von Paddingen, oder Paddingen in seiner ganzen liebevollen Detailverliebtheit und der Aufrichtigkeit gegenüber den Figuren. Und das trifft dann auf den Bombast von Greatest Showman. Oh. In dieser Kombi. Mit aber mehr Paddingen drin. Wow. Aber das... Das ist ja immer. Greatest Showman hat mir auch... Auch was die Eingängigkeit der Songs eingeht und so weiter. Scrub. Scrub. Und ähm... Ach geil. Es ist, äh... Ja, es ist die Vorgeschichte. Und Timothy auch mal... Er hat endlich mal Spaß bei seinem Job. Er singt vor allen Dingen... Er singt auch aus dieser Dune-Geschichte. Ich bin, äh... Ich mach hier für... Für Parfum-Werbung in der Wüste und die Locke fällt mir immer ins Gesicht. Ja, man muss ja manchmal auch mit dem Image gehen, ne? Ja, klar. Ist ja verständlich. Aber ich find auch, er kann gar nicht mal so schlecht singen. Nee. Er singt hier eigentlich echt adäquat. Ey, ähm... Der Film schildert halt, wie Wonka, ähm... in diese Stadt kommt, in der dann halt auch das eigentliche... diese eigentliche Geschichte, Charlie in der Schokoladenfabrik, spielt. Und er jetzt halt mit einem eigenen Schokoladengeschäft groß werden möchte. Und das Problem ist, er hat nicht mit der Feindseligkeit des Schokokartells gerechnet. Ja, das... Geile Idee. Dass, äh... Das jetzt halt irgendwie alles daran setzt, ihn irgendwie nicht hochkommen zu lassen. Und gleichzeitig hat er halt den Fehler gemacht und hat sich bei einer bestimmten Pension als Gast eingeschrieben, was ihn in eine Art Waschhaus-Sklaverei führt. Ja, aus der er sich halt mit mehreren Tricks befreien kann, um halt jetzt eben im Untergrund seine Schokolade zu produzieren und damit seinen Traum zu vollführen oder voll zu verwirklichen. Ey, ganz im Moment, das ist für mich eine der geilsten Casting-Entscheidungen aller Zeiten. Hugh Grant als Umpa-Lumpa. Ja, ich muss aber allerdings sagen, ich hätte ihn im Trailer nicht so verbraten, weil im eigentlichen Film, finde ich, ist er noch gar nicht mal das, weiß ich nicht, das Zauberhafteste oder das Lustigste oder sonst irgendwas. Also, er war da und er war cool. Es gibt auch einen Moment, den haben sie noch nicht verraten, aber sie haben schon sehr viel von ihm verraten. Und, ähm, das war auf seinem Stuhl. Ja, ja, ich weiß. Das ist super. Aber ja, ähm, der ist witzig und so weiter. Ich fand's ein bisschen befremdlich mit dieser, mit diesem CGI-Körper auf dem Gesicht. Ja, er hat das ja, das ist ja über Emotion Capturing entschieden. Genau, ja. Und, ähm, es ist ganz komisch. Es wirkt ein bisschen befremdlich. Ja. Joe Grant, wie gesagt, er macht das cool und es ist auch fein, aber es ist für mich nicht der stärkste Aspekt des Films oder es ist nicht so das, wo ich sage ... Nee, aber das glaube ich auch. Also, das habe ich auch nicht so empfunden. Ich mochte das, was ich gesehen habe, habe mir total Appetit auf ganz viel Schokolade gemacht und vor allen Dingen den Film. Weil ich finde, du hast es so schön treffend gesagt, ich finde, du siehst Timothee Chalamet diese Freude an und da hat er eine Wahnsinnspräsenz und Ausstrahlung und ich nehme ihm das 100% hier ab. Ey, und dann kommt halt, da kommen diese ganzen anderen Sachen hinzu, diese Ausstattung, ne? Er hat so einen geilen Koffer, den macht er halt einmal auf, zweimal auf, dreimal auf, dann holt er hier noch eine Schublade raus, da noch eine Schublade raus. Okay. Und plötzlich hast du wieder so einen richtig vollgepackten Setzkasten wie ein Paddington, weißt du? So? Oder halt diese ganzen geilen, kleinen inszenatorischen Einfälle, die Paul King hat, um eine Szene aufzulösen, ja? Das ist großartig, weil er halt oftmals auch, ja, dann eben so ganz einfache Ideen benutzt, anstatt irgendwie große, pompöse, weiß ich, CGI-Bilder oder sonst irgendwelche Settings oder sonst irgendwas, Gimmicks zu machen, so. Zum Beispiel, sie denken halt einfach nur nach, das hat man eben gerade in den Trailer gesehen, sie denken über eine bestimmte Sache nach und plötzlich geht das Licht über Wonka an und er weiß, was er machen muss. Aber die Lampe geht einfach nur an. Weißt du, was ich meine? Also so kleine Momente, davon gibt es so viele in diesem Film und das ist so toll und plus diese Ausstattung, plus dieser ganze kauzige Charme und der Humor. Olivia Colman Olivia Colman und ihr bavarischer Lustknabe. Achso, die dann hin und her fangen. Ey, das ist so witzig. Die ist so witzig in dieser Rolle. Es macht so einen Spaß und ihr Gehilfe, der halt dann irgendwann glaubt, es wäre erotisch, seine Knie zu zeigen. Das ist so gut. Das ist so Humor, der ist zeitlos. Der ist nicht abhängig irgendwie von irgendwelchen aktuellen Strömungen oder sonst irgendwas, sondern der ist einfach, im Kern ist es simpel, ganz einfach gestrickter Humor, der für groß und für klein funktioniert. Und ich freue mich drauf, den mit meinen Kindern zu sehen. Ah, geil. Wirklich. Und ich muss noch dazu sagen, auch um nochmal die Parallele zu Paddington zu ziehen, bei Paddington war ja das Besondere auch, dass da halt einfach nie in Frage stand, dass da ein Bär spricht und so normal durch die Gegend läuft. Und hier hast du das halt auch, du hast Willi Wonka, der aus seinem Hut einfach immer gerade das zieht, was er braucht. Du, wenn er erzählt, was in seiner Schokolade drin ist, Giraffenmilch oder die Tränen eines russischen Clowns beispielsweise, du hinterfragst das nicht, weil es ist in dem Moment einfach so. Oder auch, keine Ahnung, dann fliegen sie mit Luftballons weg, zusammen mit Flamingos. Und das sind halt so Szenen, wo man denkt, die brauchen keine Erklärung. Paul King schafft das, Welten zu kreieren, bei denen du nichts in Frage stellst. Das machst du hier eben auch nicht. Und ich glaube genau, was du gerade sagst, weil er in der Konsequenz halt so klar ist. Ja, genau. Ohne, du kannst es nicht vergleichen, aber Maestro, was ihr vorhin erzählt habt, und ein Wonka, ein Wonka hat ja einen ganz klaren Kompass, eine ganz klare Ausrichtung. Und ich finde es geil, was ihr sagt, weil das fehlt mir manchmal auch, dass du so einen zeitlosen Humor hast, der halt nicht gehässig und böse ist, sondern der so universell ist. Weißt du, was ich meine? Also der so frei von jeglicher religiöser, politischer, gesellschaftlicher Strömung, sondern wo du einfach sitzt und sagst so, ey wow, ich kann da herzlich drüber lachen. Und das fand ich an Paddington schon so mega. Und Maestro scheint ja genau diesen Kompass nicht gehabt zu haben, weil er nicht wusste, in welche, also wie gesagt, der Vergleich hinkt. Aber ich freue mich einfach, dass ihr sagt, dass Wonka so geil ist, weil ich mich richtig auf diesen Film gefreut habe. Und deshalb ist Paul King eigentlich auch perfekt für Musicals. Ja. Weil er eben diese Welten kreieren kann. Und da ist es dann auch, es ist dann halt so selbstverständlich, dass die Leute singen und tanzen. Und es ist, finde ich, so eine Mischung aus, dass dieses Singen und Tanzen halt gerade da ist, weil es ein Musical ist. Und dann wird aber auch damit wiederum gespielt. Und das ist schon alles wirklich sehr schön. No Daydream. Ja. Das ist auch ein Trailer, drei Dollar. Und King Michael Key ist wieder supergeil. Also über den habe ich sehr gelacht. Aber auch diese drei, die drei Schokomagnaten, die sind auch cool. Gerade der Anführer von denen, dieser Lungs, wie heißt der? Ich weiß es. Lungsworth oder so. Der macht das, also der macht das wirklich schön so angenehm böse, beziehungsweise so angenehm fies. Und auch was mich ja als eher Musical, nee, als überzeugter Musical-Gegner, was mich da so ein bisschen was mich da halt wirklich abgeholt hat, ist, kein Song, kein Song steht auf der Stelle. Kein Song verhandelt irgendwie gerade das Gefühlsleben von irgendjemandem, ohne, dass er entweder in der Handlung voranschreitet oder die Handlung voranbringt. Weil das ist ja das Schlimmste für mich, dass wenn du ein Musical hast und du weißt schon, was irgendwie gerade verhandelt worden ist und dann kommt noch mal einer und singt einen Song darüber, über das, was man eben gerade erfahren hat, da krieg ich das Kotzen. Wirklich, da krieg ich den Hautausschlag. Und hier bei Wonka, mit jedem Song wird irgendwas weitergebracht. Ja. Wird irgendwas, allein mein Lieblingssong ist momentan Schrupp, Schrupp, beziehungsweise Scrub, Scrub, heißt der, wie sie sich versuchen aus dieser, aus dieser Wäschereiknechtschaft zu befreien. Und dann schafft er es halt in diesem Song seine Lösung dafür zu präsentieren, die dann halt auch richtig geil aussieht. Ja, voll. Ja, also die dann wirklich wieder dieses, ich finde, der hat, glaube ich, 80 Millionen Perpeto Mobiles in seinem Film. So, ja, also diese ganzen Maschinerien und so, wie sie alle funktionieren und was weiß ich. Das ist super. Und genau sowas wird dann halt in einem Song verarbeitet. Und das ist klasse. Selbst diese Geschichte im Zoo, wo man meint, okay, die steht auch mal eher so ein bisschen dafür, dass sich jetzt Nudel, so heißt das junge Mädchen, das sich mit Willy Wonka anfreundet, die soll jetzt einfach nur dafür sein, um die Beziehung ein bisschen zu vertiefen. Nein, in der Beziehung oder beziehungsweise in der Nummer schaffen sie es dann noch, eben eine wichtige Zutat für eben die Schokolade zu organisieren. Also es steht nie auf der Stelle. Und das finde ich halt super. Wirklich einfach super. Ich hätte es nicht gedacht. Was für ein Master. Ja. Dann hätte er das, denn er hätte doch mal verdient, dann irgendwie nächstes Jahr ein paar Preise einzuharmen, sind der Paul King. Ey, kann er von mir aus gerne kriegen. Ich würde nur hinzufügen, ich fand, der Film verliert ein bisschen an Schwung so ab dem zweiten Drittel, wenn da das große Drama einmal passiert oder passiert ist, da geht so ein bisschen die Tempokurve runter. Und ich glaube, wer wirklich überzeugter Roald Dahl-Fan ist, der wird hier ein bisschen Schrägheit und Schwärze vermissen. Das habe ich, wenn ich Kritik gelesen habe, auch halt vorwiegend das gelesen, dass natürlich, vergleich mal den Wonka hier, mit dem Tim Burton, keine Frage, der ist viel netter. Ja eben, aber ich finde, das ist doch, also wenn ein Paul King, wenn ein Regisseur von Paddington, wenn der sich der Figur Willy Wonka annimmt, ich wäre wahnsinnig enttäuscht gewesen, wenn das nicht eine wahnsinnig liebe, freundliche, nette Figur wäre. Und ich kann Wonka auch komplett losgelöst von der eigentlichen Charlie und die Schokoladenfabrik geschickt sehen. Ich glaube, das muss man nämlich machen. Also Johnny Depp in seiner Maskerade mit diesen fast Michael Jackson keinen Gesichtskonturen mehr, die gibt es ja ganz viel Einstellung. Das ist ja fast so ein Psychopath. Im Gegensatz jetzt auch Gene Wilder ist ja noch netter, aber auch schon mit der einen oder anderen. Und Gene Wilder guckt halt auch jedes Mal, als würde er gerne mal kleine Kinder annaschen. Gut, das steht auf dem anderen Blatt. Aber ich war überrascht, wie diese alte Charlie oder Willy Wonka und die Schokoladenfabrik heißt der, glaube ich, bei uns hier in Deutschland. Der wurde jetzt einen Großteil hier in Deutschland gedreht, ne? Was, der Gene Wilder war? Der Gene Wilder. Das wusste ich gerne nicht. Ich auch nicht. Also der wurde hier, glaube ich, in den Bavaria-Filmstudios einen Großteil gedreht. Das Einzige, was ich gerne noch wüsste, aber das werde ich am Sonntag herausfinden, wenn ich den Film nochmal gucke, ob die Songs im Deutschen übersetzt. Das wurde ich auch gefragt. Wobei, was heißt, ich hoffe, es funktioniert ja auch hin und wieder mal. Ich weiß es nicht. Also, es kommt zum Beispiel dieser berühmte Song Pure Imagination, den auch schon jetzt das Original benutzt hat oder auch hier Spielberg hat das für Ready Player One auch mal benutzt. Da wäre es irgendwie komisch, wenn sie den auf Deutsch übersetzen. Also ich hoffe, sie übersetzen es nicht auf Deutsch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für kleine Kinder dann einfach nicht so cool ist, wenn da die Untertitel laufen. Die werden es Kinder froh übersetzen müssen. Also ich habe ja den Greatest Showman-Vergleich gebracht. Da war es so, da waren die Songs nicht übersetzt. Ja, aber Greatest Showman ist aber ja auch ein anderer Altersstisch. Der ist doch ab sechs und ich glaube, ich sehe das so wie Schreck, wenn du mit zwischen sechs und zwölf mit jemandem reingehst und die Songs sind auf Englisch, das ist ja für dich ein kompletter Bruch. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn es auch hier handlungsdriven ist. Und ja, also wie gesagt, so ab dem zweiten Drittel, wenn einmal so ein großes Drama gezeigt worden ist, dann geht ein bisschen Tempo raus und ja, er hat nicht mehr so viel mit Dahl, meiner Ansicht nach, gemeinsam. Womit ich überleben kann, ich habe ja auch geschrieben, für mich fühlt sich das nicht an wie ein Prequel, sondern eher wie ein Broadway-Spinoff. Und wenn man das so, glaube ich, richtig betrachtet, dann, ähm, dann macht ihr Film alles richtig, was er richtig macht. Ich glaube, was du gesagt hast, Standalone. Ja. Es ist nur die Figur, die sozusagen die Inspiration gibt, aber nicht die, also kein Prequel, ich glaube, das ist fatal. Ja, und ich glaube jetzt, an Weihnachten ist es der ideale Film. Geil. Mhm. Ja. Ich freue mich auch nochmal reinzugehen. So, ich hoffe, er läuft auch lang genug. Dann haben wir natürlich noch ein paar Streaming- und Mediatheken-Tipps, womit ich jetzt mal direkt mit den Mediatheken-Tipps anfangen würde. Denn wir waren ja bei Weihnachten und da kann man auch direkt mit Bad Santa sich die Weihnachtslaune verderben. Billy Bob Thornton spielt einen, ja, Kaufhaus-Nikolaus, der zusammen mit seinem kleinen, wüchsigen, äh, Elfen-Kollegen, ja, immer wieder in Kaufhäusern auftritt, als Santa Claus und Gehilfe. Aber eigentlich räumt er nur die Tresore aus von den jeweiligen Etablissements, wo er auftritt. Und ich glaube, es gibt selten einen böseren Weihnachtsfilm als den. Es ist erstaunlich, dass der damals von Disney auch mit rausgebracht worden ist. Mira Max gehörte damals noch irgendwie richtig gut zu Disney und die waren gar nicht glücklich über diesen Film. Joel und Ethan Cohn haben produziert oder waren Co-Produzenten und am geilsten ist die Drehbuchautoren von Cats and Dogs. Kennst du den noch? Ja, natürlich. Die haben den geschrieben. Richtig? Okay. Gut. So, dann haben wir auf Tele 5 noch ein paar Filme, über die wir schon oft gesprochen haben. Unter anderem Ohn Limit, Andis Lieblingsfilm. Ich wollte gerade sagen, guckt Andi den nicht regelmäßig? Ja, ja, Andis Lieblingsfilm. Bradley Cooper knallt sich ein paar Pillen rein. Ich mag den aber auch. Ich mag den auch. Inzwischen gucke ich den echt gerne. Das Buch habe ich damals vor dem Film gelesen. Ja? Mhm. Ich fand das schon eine interessante Vorstellung. Ich meine, das ist ja auch dieser Film mit Scarlett Johansson, der sozusagen im selben... Lucy? Lucy. Ja, also dieses... Also mehr Potenzial des Gehirns nutzen. Genau, mehr Potenzial und das fand ich super. Ich finde diese Szene am Ende so geil mit Robert De Niro, wo er ihn dann nochmal konfrontiert. Ja, auch sehr gut. Dann haben wir hier noch Mord im Ohr in der Express. Eine Zugfahrt endet nicht so fröhlich. Jemand wird abgestochen und Erc Gülperot, der zufällig im Zug ist, muss ermitteln, ob es jetzt... Ja, wer es jetzt war. Sagen wir es so. Gefällt mir deutlich besser als der Kenneth Branagh. Der Kenneth Branagh, ja. Aber weil ich glaube auch, weil diese Inszenierung auch besser in diese Zeit passt. Das mag es ein, ja. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe das Gefühl, das ist so ein Film, von der Thematik her in der Zeit... Ja, ja. Jetzt... Vielleicht ist es auch zu kompliziert gedacht, aber ich finde die Inszenierung auch geiler. Aber, ja, ich fand halt bei dem Branagh-Film, habe ich nie ganz verstanden, warum er den inszenatorisch so aufbläst. Ja, oder das. Genau, der ist so ein bisschen so ein bisschen low-key, aber passt perfekt dazu. Ja. So ein schönes, gut gemachtes Kammerspiel. Hast du den schon mal gesehen? Das Original nicht, nein. Ich habe ja eine, stehe ich nicht gerne zu, aber ich habe ja eine Schwäche für die neuen Herr-Kühl-Forum-Filme. Weil, naja, also gerade der zweite, Tod auf dem Nil, der ist ja doch, der kam ja alle nicht so richtig gut weg. Aber ich mag halt diesen von vielen als hässlich beschriebenen, aber wie ich finde, irgendwie passt diese sehr, sehr künstliche, dieser sehr, sehr künstliche Look mit diesen sehr schön aussehenden Menschen und ich mag das auch. Ich finde die Geschichte ja grundsätzlich auch super, weil sie ja auch im krassen Kontext steht, was du sonst siehst. An Brutalität ist das alles nicht mehr zu überbieten, Thriller und Krimi. Und das ist ja brutal im Sinne von, es stirbt jemand, aber es ist ja nicht, hat nicht die Dimension. Ich könnte die Filme auch mehr schätzen, wenn nicht so viele andere Faktoren, die nichts mit der Geschichte zu tun haben, darauf einwirken würden. Und dann hast du einen Paula Bär Double Feature. Eigentlich habe ich einen Christian Petzold, Franz Rogowski und Paula Bär Double Feature hier auf Arte in Erwägung gezogen. Es läuft zum einen Undine, das ist über eine mythologische Figur gespielt von Paula Bär, die als, ich glaube, Bibliothekarin ist sie und sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt beziehungsweise hat noch schwer daran zu knabbern, dass sie halt, wenn sie sich in jemanden verliebt, diesen auch töten muss, laut Sage und sie setzt sich jetzt über diese Sage hinweg und Franz Rogowski als, was ist er, Industrietaucher, ja, ist der Leidtragende davon. Ich mochte den. Ich mochte den auch, aber er hat dieses Christian Petzold typische Spröde, womit ich nicht so ganz warm werde, hat mir bei Undine ein bisschen, hat mich bei Undine ein bisschen mehr gestört als bei Transit. Transit fand ich tatsächlich etwas besser. Den hab ich leider bislang immer noch nicht gesehen. Jetzt kannst du es in der Arte-Mediathek nachholen. Aber ich hab ja kürzlich den Roter Himmel gesehen und wenn ich Roter Himmel mit Undine vergleiche, bin ich eher bei Undine, ja. Hier geht's darum, dass Christian Petzold einen Roman verfilmt und einen jungen Mann zeigt, der auf der Flucht vor den Nazis ist. Nur, der Unterschied ist, im Gegensatz zum Roman, die Besetzung der Nazis findet im Hier und Jetzt statt und nicht damals 1940 bis 1945. Und Franz Rogowski nimmt die Identität eines Autoren an, der in Berlin, glaube ich, geschasst worden ist und versucht damit quasi außer Landes zu fliehen. Trifft aber in einer Stadt, in der er zwischenhalten muss, auf die Frau des Autoren, die nicht weiß, dass der Autor gestorben ist, glaube ich. Er ist, glaube ich, sogar gestorben. Oh, okay. Und die wird halt gespielt von Paula Bär und der Film, wie gesagt, der gewinnt meiner Ansicht nach dadurch, dass eben die Nazi-Diktatur ins Hier und Jetzt verfrachtet wird und man halt feststellt, naja, beziehungsweise man so Parallelen halt auch zu der Flüchtlingsthematik irgendwie sehr leicht herstellen kann. Plus halt Franz Rogowski und Paula Bär. Also mir hat der ein bisschen mehr getaugt als eben Undine. Und ein Film, ich meine, ich habe jetzt Transit gesehen, ich habe Undine gesehen, ich habe Roter Himmel gesehen. Ein Film fehlt mir noch, das ist der Phönix, das soll der allgemein beste von ihm sein. Oder beziehungsweise von denen allen. Den muss ich jetzt noch unbedingt gucken. Den will ich noch unbedingt gucken. So, damit wären wir bei Stream It. Genau. Und da haben wir eine neue Premiere auf Amazon. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe es nur gesehen. Es kommt jetzt Silber und das Buch der Träume. Das ist wohl ein großer Titel für Amazon. Ist eine Roman-Jugendbuch-Reihe beziehungsweise eine Trilogie von der gleichen Dame, die damals, ich hoffe, das sage ich jetzt nicht falsch. Nee, Kerstin Geer, die hat Rubinrot. Okay, die hat Rubinrot, Marat Grün und so weiter gemacht. Und hier geht es um eine junge Frau, Liv, die halt mit ihren Eltern, glaube ich, in eine neue Stadt zieht und nach London. Und dort lernt sie einen jungen Mann namens Henry kennen und der gehört zu einem Kreis, die in der Lage sind, luzide Träume zu beeinflussen. Und daraus entspinnt sich wohl eine dreiteilige Geschichte. Ich hab's wie gesagt, ich hab's noch nicht gesehen. Ich wollte nur für die Leute, die halt vielleicht die Romanvorlage kennen, darauf hinweisen, dass das jetzt bei Amazon startet. Und ich mochte dieses Marat Grün, Rubinrot, Saphir Blau, glaube ich. Ich mochte die Filme nicht unbedingt, aber ich hab's mir gern angeguckt. Weil ich fand das irgendwie cool, dass wir uns in Deutschland mal an so ein Thema ranwagen. Vor allen Dingen, wer da alles rausgekommen ist. Genau. An Nachwuchsstars. Unsere, ja, Ruß geht raus, unsere liebe Kollegin Maria und Janis Nieböhne. Also, das war, glaube ich, mit schon besprungen. Das war auch überraschend. Ja, auf jeden Fall. Ambitioniert alles irgendwie. Also, es gibt, wenn wir so die Schule der magischen Tiere, wo ja auch immer so die Parallele zu Harry Potter beispielsweise gezogen werden, da kann dann eher sowas wie Rubinrot als deutsche Variante dessen, muss ich nicht komplett verstecken. Ja. Zumindest nicht als deutsche Variante dessen. Aber was ich an dem Projekt, das habe ich lustigerweise heute auf dem Weg hierher festgestellt, weil unser, den hatten wir auch hier schon, Dennis Gansl, Regisseur, der hoffentlich bald wiederkommt. Ich möchte ihn unter Druck setzen an dieser Stelle. Dennis! Der hat das geteilt bei Instagram, weil er davon so begeistert ist tatsächlich. Und es ist von der Regisseurin Helena Hufnagel, die ich sehr mag. Die hat unter anderem diesen Einmal bitte alles gemacht und danach Generationenbeziehungsunfähig und Christian Ditter hat das Drehbuch geschrieben. Also eine sehr interessante, wie ich finde, sehr interessante Kombination und deshalb, ja, werde ich mir das voll angucken. Auch wenn das, glaube ich, nicht so ganz mein Genre ist. Du, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt so mein Fall ist, aber ich möchte da gerne mal reingucken. Mich interessiert das. Und ich finde mir das Prime, ehrlich gesagt, echt gute Sachen macht. Ja, hin und wieder schon. Aber, ey, es ist ja bei allen so. Hin und wieder kommt mal was Gutes oder hin und wieder kommt auch was. Der Elviz. Der Elviz! Ja, Buzz Lerman macht mal wieder den gleichen Film wie immer. Aber diesmal packt er halt Elvis in die Geschichte mit rein. Aber er erzählt eigentlich gar nicht so wirklich die Geschichte von Elvis, sondern eher von seinen Menschen. Gespielt von einem sehr komisch gemakeuppten Tom Hanks. Ich habe jetzt gerade noch den anderen Elvis-Film, der, beziehungsweise der andere Film mit der Elviz-Thematik gesehen, Priscilla. Und ich fand schon spannend, wie Sofia Coppola Elvis angelegt hat. Gespielt von Jake Elordi in dem Fall. Den kennt man unter anderem aus Euphoria, der meiner Ansicht nach viel zu groß ist für Elvis. Und jetzt habe ich gestern, lief der auf Sky, läuft der gerade, oder ist gerade auf Sky auch gestartet. Und ich habe gestern bei Sky nochmal reingeguckt. Und ich finde halt Orson Butlers, so gut er das macht oder so gut er da als Schauspieler ist, aber dieses, ich weiß nicht, ich finde, der ist permanent geschminkt, aber halt wirklich so, so irgendwie rosa. Das finde ich immer die Inszenierung auch von Buzz Lerman, dass das alles so, das ist ja fast so ein, der dreht an der Farbsättigungsschraube einfach. Aber es wirkte halt immer, als hätte er rosa Wangen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und ich war, ich war dann doch irritiert, weil Sofia Coppola hat so einen richtig geerdeten Ansatz, so ist alles relativ nüchtern, ja, und dann kommt halt Lerman mit seinem Pomp daher so und ey, es ist halt ein Karneval, der halt jetzt hier Elvis zum Thema hat. Ich muss sagen, beide haben ihre Schwächen, irgendwie versuchen sich alle der Figur Elvis anzunähern, aber ich warte noch auf ein vernünftiges Elvis-Biopic. Aber auch da haben wir drüber gesprochen, genauso wie beim Maestro. Die Frage ist, worauf konzentrierst du dich? Und wenn du dir Biopics überhaupt nochmal, hier Bohemian Rhapsody und dann, was war denn dann? Rocketman, ne? Ja. Rocketman ist ja eigentlich der bessere Film. Fand ich auch. Und vor allen Dingen auch die bessere Herangehensweise und hier der Die ehrlichere. Taron Egerton ist ja auch mega. Der hatte nun einfach keine Chance, weil der andere alles überrollt hat, weil die darauf gewartet haben. Aber ich glaube auch, bei Elvis, ich meine, überleg dir mal, was das für eine Karriere ist. Ja, ja. Und auch vor allem mit Priscilla und die ganze Geschichte. Aber weißt du, ja, aber Priscilla kommt ja in dem Film gar nicht vor oder kaum vor. Ja, aber zumindest, also auch nicht in der Art und Weise, wie sie ja eigentlich wirklich. Genau. Und in Priscilla kommt aber halt die musikalische Karriere von Elvis auch kaum zur Sprache. Also es ist so, es ist so wirklich, ja, man sucht dir einen vernünftigen oder einen coolen Ansatz. Verstehe ich auch, dass man irgendwie was anderes machen will, als dieses stumpfe Nacherzählen von irgendwelchen, sag ich mal, berühmten Karriere-Schritten, die man auch in jedem Lexikon nachlesen kann. Aber ich finde, der Film ist der Figur Elvis nicht nahe gekommen. Okay. Also zumindest ist das mein Eindruck. Aber dann sag ich mal Thriller 40, was ist das Doku? Das ist eine Doku zum 40-jährigen Jubiläum des, ja, immer noch meistverkauften Albums aller Zeiten. Meistverkauften Albums. Das meistverkaufte Albums. Albums aller Zeiten. Ja. Das meistverkaufte Albums. Das meistverkaufte Albums. Nein, ich weiß auch nicht. Ich versuche ja nur, ne, dass mein Deutschkurs nicht ganz umsonst war. So, nein, Thriller 40, ich hab den jetzt halt wirklich bei Letterboxd, bei so vielen Leuten irgendwie gesehen, dass sie den gesehen haben. Und ich hab dann gesehen, ah, guck mal, der ist ja bei Powerpoint Plus. Und der kommt, die kommt auch nicht gut, äh, schlecht weg. So, also viele waren sich irgendwie da, ähm, haben sich darüber gefreut. Und deswegen hab ich gedacht, komm, nimmst du es einfach mal mit rein. Wenn wir schon Elvis drin haben, können wir auch den anderen, äh, den King of Rock und den King of Pop. Genau. Können wir auch den King of Pop irgendwie benutzen. Und ja, ist halt ne Doku über die Entstehung von Thriller. Und ich find das ganz interessant. Ich mag ja so künstlerische Prozesse immer sehr gerne sehen. So, und dann haben wir noch einen absoluten frischen Neustart auf Netflix ab morgen Leave the World Behind. Den hab ich mir gestern angeguckt. Oh. Mit Julia Roberts, mit Mahershala Ali, mit Ethan Hawke und Kevin Bacon spielt auch nochmal ne ganz kleine Rolle. Es geht um die, um das Ehepaar, gespielt von Julia Roberts und Ethan Hawke. Wohlhabend, aber schnauzevoll von Menschen. Und Julia Roberts sagt, ey, ich hab hier so ein Haus, das ist weit ab vom Schuss, aber irgendwie noch an so einer kleinen Stadt dran. Ich will raus, ich hab keinen Bock mehr auf Menschen. Ich will hier einfach mal ein bisschen abschalten und irgendwie Ruhe haben. Und Ethan Hawke sagt, ja, cool, wir haben schon lange keinen Familienurlaub mehr mit den Kindern so. Lass uns da hinfahren. Und wir fahren halt in ein wirklich wundervolles, großes, geil ausgestattetes Haus. So, weißt du, mit so Fernseher in der Wand drin, den du du verstecken kannst und so Sachen halt. Ja. Aber dann steht plötzlich eines Abends stehen zwei Leute vor dir. vor der Tür. Ach, ich dachte, ein Hirsch. Ne, die Hirsche kommen auch noch. Okay. Aber du darfst nicht, weil ich hab nicht Bock auf den Film, du erzählst nur ein bisschen die Geschichte. Erzählst mir nicht, wie es ausgeht. Stehen zwei, also kurz nachdem sie da angekommen sind und sich so ein bisschen eingelebt haben, stehen auch schon am Abend, stehen zwei Leute vor der Tür. Mahersha Ali und seine Tochter. Und er sagt halt, das ist mein Haus. Ich hab ihnen das vermietet, ich bin dieser George, mit dem sie hin und her geschrieben haben. Das ist meine Tochter. Und ja, wir sind hierher gekommen, weil in der Stadt gab's einen Stromausfall. Ich wurde am Knie operiert, deswegen kann ich keine Treppen laufen. Also, haben wir uns gedacht, vielleicht könnten wir die Nacht hier unterkommen. In dem Haus, in dem Airbnb-Haus, was sie gemietet haben, also was wir sie eigentlich gemietet haben. Und ich weiß, es ist ungeil und so und ich kann das verstehen, aber wir haben gerade irgendwie keine andere Option. Okay. Damit geht's los. Und es ist längst nicht das Ende, sondern beziehungsweise es ist erst wirklich der Anfang. Denn nach und nach wird dann rauskristallisiert, warum dieser Stromausfall ist. Was in diesem Stromausfall steht. Dass dieser Stromausfall noch viel, viel größere Dimensionen angenommen hat. Und die, jetzt quasi diese beiden Familien in diesem neuen Haus erst mal a, erörtern müssen, was überhaupt Phase ist. und b, halt auch irgendwie zusammen ein bisschen klarkommen müssen. Und dann stehen plötzlich halt lauter Rehe immer wieder im Garten und gucken sie an. Und sie wissen halt nicht, warum. Und darum geht's halt, das nach und nach zu entschlüsseln. Und das ist halt so ein bisschen Satire. Ist so ein bisschen Blick auf die heutige Gesellschaft. Ist ein Blick auf die elektronische Abhängigkeit, die wir so haben. Und wird hier und da auch ganz gut gespielt. Ist von Sam Esmail, dem Regisseur von iRobot oder dem Showrunner von iRobot. Äh, Mr. Robert, Entschuldigung. Ähm, und sieht geil aus teilweise. Recht schicke Bilder. Aber man merkt irgendwie, es sind so vier oder fünf Kapitel. Immer wieder steuern diese Kapitel auf einen großen oder guten Moment zu. Aber davor ist halt so ein bisschen Leerlauf. Man fragt sich die ganze Zeit, warum machen die das, was sie da machen. Aber klingt insgesamt. Ich dachte erst, es fängt an wie Barbarian. Aber das kleint ja gar nicht in die Richtung. Nee, 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 geht gar nicht. Und ich find den auch wirklich, ähm, ich fand den jetzt in Ordnung. Es war jetzt nicht der beste Film, aber der reiht sich ganz gut ein in Netflix. Wir bringen zu Weihnachten des Jahres immer Filme, die so ein bisschen die Menschheit auf den Prüfstand stellen. Bird Box, an den musste ich jetzt denken. Don't Look Up. Don't Look Up. Ach so. Ja, und White Noise. Ach so. Ja, also. Darauf wolltest du hinaus? Weil mich hat das irgendwie so, auch wegen, ich glaub da war es Sandra Bullock in Bird Box. Ja, genau. Irgendwie musste ich an den denken. Ja, ich würd den eher so in White Noise und Don't Look Up, würd ich den irgendwie mit einordnen so. Aber ich weiß jetzt, ich würd jetzt nicht sagen, dass es der beste von den dreien Filmen oder welcher der beste von den dreien Filmen ist. Die haben alle ihre Probleme und ihre Macken. Aber ich find, der sieht gut aus. Wann geht der denn? Ja, ein bisschen länger als zwei Stunden, ne? So zwei Stunden, zwölf oder so. Und das find ich halt ein Tick zu lang für den Film. Aber? Das können die sich mal alle vornehmen. Morgen ist Filmetag im Hause Wessels Escher. Dann hab ich ja schon mal wieder was. Ja, siehste. Das ist auf jeden Fall, also ich denke mal, du könntest auch dem einigermaßen was abgewinnen. Jo, ja. Was nur wichtig ist, ich habe ja, das hab ich hier schon mehrmals gesagt, es gibt ja ein Tier, das kriegen die VFX-Artists einfach seit Jahrzehnten nicht animiert. Rehe. Wie ist das hier? Ich muss sagen, es gibt tatsächlich auch mal einen Auflauf einer größeren Herde, die relativ nah aufgenommen wird. Und da war ich unsicher, ob das echte Tiere sind oder ob das wirklich CGI ist. Bei manchen siehst du, es ist CGI. Ja, aber geil, dass du es sagst. Weil mir fallen so viele Filme ein, in denen es einfach, also es ist immer das Reh oder der Hirsch. Die sind offenbar einfach nicht möglich zu animieren. Aber ich würde bezweifeln, dass hier echte Tiere zum Einsatz kamen. Also ich glaube, das waren alles CGI-Tiere und die waren auch in Ordnung. Aber die waren jetzt nicht irgendwie ... Dann bin ich gespannt. So, jetzt noch kurz zwei Veranstaltungshinweise, dann sind wir durch. Am 9.12. gibt es in Berlin im Delphi-Palast eine Wiederaufführung des Zeichentrickfilms Persepolis. Ja, wer den noch nicht gesehen hat, ist vielleicht auch mal eine Empfehlung wert, falls man mal am 9.12. noch nichts vorhat. Und Schauspielerin Yasmin Tabatabai und Journalistin Sheila Beyat werden danach über den Leuten über diesen Film diskutieren. Das fand ich mal eine nette Idee. Und ja, wer nicht ohne kann und ihn auch endlich mal auf der Leinwand sehen will, der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten. wird im Savoy im Rahmen unseres Filmclubs beziehungsweise des Filmclubs wird er gezeigt. Stirb langsam. Kommt am 12.12. noch mal im Savoy in der Originalfassung. Und ich lieb Eugel gerade sehr stark, damit es da noch mal hinzugehen. Ja, schade, dass der ... Also, was heißt schade, ist natürlich super, wenn sie den zeigen. Aber das wäre so, das würde ich super, wenn ich gerne mit meiner Mama reingehen, aber dann eher auf Deutsch. Ja. Schade. Vielleicht ziehen ja andere Kinos nach. Das wäre ja ganz cool. Ja. Ja, und damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Steven, bei Antje. Vielen Dank, dass ich das sein durfte. Euch da draußen, danke dem Supporters Club. Ihr habt es vielleicht gesehen, es wurde unten eingeblendet, wenn ihr wollt, gerne mitmachen. Und ansonsten sehen wir uns am Sonntag spätestens wieder, wenn ihr wollt. Da machen Steven und Antje und ich noch mal ein kleines Teasme. Und ansonsten aller spätestens nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020